Gebet und Gedanken von Elisabeth Golgozi Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aufopferungsgebet. Mein Jesus, lass mich zu dir kommen. Dich allein will ich lieben. Mich an dein Kreuz schmicken, will ich im tobenden Sturm des Lebens alleine dich lieben, mein Jesus. Dein Kreuz ist mein Heil. Du am Kreuze, ich unter dem Kreuze. So betrachte ich unentweht dein leidendes Angriff. Das Materium des Lebens wird auf diese Weise leicht. Lass mir die größten Leiden zuteil werden, dass die Macht der Sünde mir nicht anhatte. Nur meine Seele lässt mich zusammenbrechen. Mein Jesus, ich verspreche dir, dass ich auch die kleinste Unvollkommenheit meiden will. Dein Kreuz, oh Mann, will ich auch die schwersten Kreuze auf mich nehmen. Mein Jesus, gib mir die Gnade, dass ich aus Liebe zu dir sterbe. Ich bitte dich, dass mein irdisches Leben deinem Weg nach Golgotha gleiche. Mein Jesus, lass zu, dass die Kreuzeslast der Sünden unseres Volkes meine Schultern drücke. Wenn ich auch zu Boden sinke, hebe mich nicht hoch, lass mich nur leiden. Stärke aber meine Seele, dass ich nicht verzage. Mariachko, dir schenke ich mich mein Leben, meine Arbeit, meine Leiden, jeden Schlag meines Herzens, als Opfer der Söhne. Opfere es auch nach Meinungen des heiligsten Herzens und mit den Absichten deines unbefleckten Herzens. Opfere es auch für meinen Seelenführer und all meine Brüder und Schwestern, wie auch für meine Wohltäter und jene, die sich meinem Gebete empfohlen haben. Verfüge über alles, was ich habe, denn du hattest es mir verliehen, damit ich es durch dich dem Herrn Jesus schenken könne, zur Verwirklichung seiner heiligen Pläne, zur Ehre seines heiligen Namens und zum Wohle meiner armen Seele. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Gebete und Gedanken von Elisabeth Golgozi Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Gott, ich will dir Sühne leisten, ähnlich wie ich es meinen beleidigten Eltern, Freunden und Wohltätern gegenüber pflege. Mit einem von Reue erfüllten Herzen, mit aufrichtigen Versprechen und mit großzügiger, obverbereiter Seele. Verzeih uns unsere Sünden. Ich empfinde die Last meiner Sünden. Ich sehe die Sünden meiner Brüder und Schwestern und kenne die Boshaftigkeit der Welt. Je schwerer die Sünden, je frecher die Untreue und je schändlicher unser Undank dir gegenüber ist, desto mehr liebe ich dich und hare deine. Mit dem unbefleckten Herzen, deine heiligste Mutter vereint, will ich dir Sühne leisten, guter Vater, mein treuer Freund und liebster Gast. Mit den reuevollen Tränen von Magdalena, mit der Demut des verlorenen Sohnes, mit der Großzügigkeit von Zachäus und der bitteren Reue des Petrus, bitte ich dich, sei uns barmherzig. Als ein Glied des Menschengeschlechtes weiß ich, dass ich auch für die Gemeinschaft Buße tun muss, denn die Sünden sind nur durch Reue und Blutvergießen wieder gut zu machen. Ich bin bereit, mich zu der immer mehr verbreiteten kleinen Herde zu gesellen, um alles zu tun, dass nicht die Sünde, sondern die Gnade und die Tugend herrschen möge. Ich zweifle nicht daran, dass meine Säufzer und Ängste, meine Tränen und mein Blut einen Wert haben und nicht fruchtlos bleiben werden. Ich glaube fest daran, dass die Mutter Gottes, meine Opfer und guten Werke, sowie auch die meinen Brüder und Schwestern mit dem Verdiensten ihres unbefleckten Herzens, vereint, ihrem göttlichen Sohne darbieten wird. Jesus vereint sie dann mit seinem Opfer und seinen Verdiensten, die der himmlische Vater von ihm wohlgefällig annehmen wird. Ich grübele nicht nach, ob die Öllampe meiner Liebe in der dunklen Nacht der Sünde etwas zählt und etwas Feuer löschen wird. Ob meine Gebete durch den Orkan der Bosheit zu dir gelangen und ob meine Opfer die Macht der Sünde brechen können. Ich glaube aber unerschütterlich daran, dass all dies dein göttliches Herz zum Erwarnen bewegen wird. Du sagtest ja. Bittet und es wird euch gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden. Klopft dann und es wird euch aufgetan werden. Matthäus 7,7 Ich bin voller Zuversicht, dass meine zum Himmel erhobenen Hände, den Satan ablenken, seine Versuche dämpfen werden. Meine Tränen mögen wie der Regen auf die durch die Sünde ausgetrockneten Herzen fallen. Meine Gebete werden wie ein Sonnenstrahl in die Gefängnisse, in die Krankenhäuser, zu den Millionen von Leidenden und Kämpfenden eindringen. Meine Gebete werden in die Heime, Büros, Werkstätten und sündhaften Vergnügungsorte gelangen. Durch das kostbare Blut Jesu wird ihnen ihr Sündenbewusstsein klar werden und von nun an werden sie an ihrem ewigen Heil arbeiten. Das glaube ich bis zu meinem letzten Atemzug. Amen. Die Liebe verleiht unserem Werken einen Wert, die gute Meinung vergoldet sich. Wenn wir unser Herz während der heiligen Kommunion kalt, gleich einem Dezembertrust empfinden, dann sollen wir nicht nach Worten, nicht nach überschwänglichen Beteuerungen suchen, sondern im heiligen Vertrauen unser Haupt an das göttliche Herz Jesu schmiegen Jesus, ich will dich lieben, hilfst du mir und er wird helfen, denn es macht es nach Liebe. Wenn du dein Herz leer und kalt empfindest, dann knieh vor der Krippe in Bethlehem nieder und bete Jesus, Jesulein, die ewige Lieder mit diesem kalten Herzen an. Wenn du siehst, wie die Hirten in ihrer Einheit und Armut von unbegrenzten Glauben besehigt vor der Krippe kniehen, wie der eine Milch, der andere eine Decke bringt, damit die Mutter Gottes ihr göttliches Kind zudecken könne, dann denke daran, dass auch du nichts Wertvolles besitzt, womit du ihm Freude bereiten könntest. Deine Armut gleicht dann derjenigen, der Hirten, um ihm den noch etwas schenken zu können. Schenke ihm, schenke Jesulein, dein Herz. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Wenn ich einmal bei Jesus bin, wird meine Liebe keine Grenzen kennen. Ein Wort der ungarischen, stigmatisierten Elisabeth Golgozi. Ihr Tagebuch, eine Übersetzung aus dem Ungarischen, gewährt uns einen aufschlussreichen Blick in das Leben dieser Gottbegnadete Seele. Ihre große Vertrauheit mit Jesus und Mariatschka, die der Mutter Gottes, erscheint uns wunderbar und fehlt doch nicht an Natürlichkeit. Mariatschka, die Mutter Gottes, führt Elisabeth Kinderlmann in die hohe Schule des Leidens ein und gibt ihr vier wichtige Lehren. Erstens, wer Jesus wahrhaftig liebt, will immer das, was Jesus will und was er liebt. Zweitens, wer Jesus wahrhaftig liebt, bringt sein Opfer umso lieber, je größer es ist. Zweitens, wer Jesus wahrhaftig liebt, wenn sie nicht liebt, will immer mehr und in allem mehr für ihn tun. Elisabeth Golgozi lebte diese Lehre. Schmerzliche Opfer brachte sie mit einer heroisch anmutenden Ergebenheit. Sie wollte leiden und sie wusste, warum sie liebt. Sie wird dadurch zu einem Vorbild für die heutige Zeit, die den Sinn des Leidens nicht verstehen will. Wie soll es weitergehen? Bildnachweise Titel und Rückseite Istok, com Claudio Ventrella, Istok, com Aaron Amar Zweite Auflage, Stand 27. Dezember 2020 Bitte nehmen Sie sich die Zeit. Sebastian Feber Ehem Parlamentarischer Berater im Deutschen Bundestag Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Ich wende mich als parteiloser ehemaliger Mitarbeiter des Deutschen Bundestages mit der Funktion eines parlamentarischen Beraters an Sie Durch meine Tätigkeit im Parlament bzw. in einer Bundestagsfraktion Habe ich Kenntnis davon, dass den Menschen in unserem Land Informationen zur Corona-Krise, die zur Beurteilung der Situation von entscheidender Bedeutung sind, gezielt vorenthalten werden. Aufgrund der Enormen Tragweite der jüngsten Ereignisse sehe ich es als Pflicht gegenüber meinen Mitbürgern an, diese Themen öffentlich anzusprechen Um mich weitgehend frei dazu äußern zu können, habe ich meine Anstellung im Bundestag aufgegeben Vermutlich werden viele diesen Text bereits nach wenigen Zeilen zur Seite legen, weil sie sich über alle Aspekte der Krise ausreichend informiert fühlen Ich habe Verständnis dafür, denn auch ich bin früher Davon ausgegangen, dass uns Bürgern bei großen Ereignissen stets auch alle damit verbundenen Hintergründe vermittelt werden Doch mittlerweile musste ich, nicht zuletzt durch meine Erfahrungen im Parlament erkennen, welche Methoden weltweit von Regierungen, Medien und bedeutenden Akteuren der Weltwirtschaft zu unser aller Nachteil angewendet werden und dass die Bevölkerung dem leider häufig zu Unkritisch begegnet Ich hoffe, dass trotz dieser weit verbreiteten Sorglosigkeit gegenüber politischen Entwicklungen der ein oder andere meine Hinweise zumindest überprüfen wird Einiges von dem, was ich im folgenden berichte, werden viele Leser für ausgeschlossen halten und Entschieden ablehnen Diesen Menschen möchte ich sagen, dass ich mit der Veröffentlichung dieses Berichts Erhebliche persönliche Risiken in Kauf nehme und diesen Schritt nicht wagen würde, wenn ich mir in Meinen Aussagen unsicher wäre Ich war im Bundestag kein hoher Funktionär, habe jedoch das Parlament So gut kennengelernt, dass ich mir ein Urteil über die jüngsten Entwicklungen erlauben kann Diesen Bericht Verfasse ich in aufrichtiger Sorge um die Sicherheit, die Freiheit sowie die wirtschaftliche Existenz von uns Allen Diese tragenden Säulen unserer Demokratie sind akut gefährdet, denn die Corona-Krise wird von Verschiedenen Seiten hier Instrument alliiert und unsere berechtigten Sorgen wegen des Coronavirus Werden für fremde Ziele ausgenutzt Ich muss an dieser Stelle betonen, dass ich die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit dem Virus nicht Verharmlosen will Corona kann insbesondere für ältere sowie vorerkrankte Menschen eine ernste Gefahr Sein, dieser Fakt ist unbestritten Die Krise darf uns jedoch nicht blind machen für andere schwerwiegende Entwicklungen, die uns alle unmittelbar betreffen und über die wir gleichzeitig kaum etwas wissen Es ist wichtig, dass wir es als Gesellschaft bald wieder schaffen, uns auch über kontroverse Themen Vorurteilsfrei und mit gutem Willen auszutauschen Wir müssen in Deutschland dringend wieder lernen Uns zuzuhören und zu respektieren Wenn wir nicht bald zu einem solchen Miteinander zurückfinden, wird Unsere Gesellschaft endgültig in verfeindete Gruppen zersplittern Leider hat der Umgang mit der Corona-Krise bereits jetzt dazu beigetragen, die gesellschaftlichen Gräben weiter zu vertiefen Damit verlieren wir Bürger jedoch unsere gemeinsamen Interessen aus den Augen und machen es denjenigen Leicht, die in jeder Krise in erster Linie ein Geschäftsmodell sehen Politik und Leitmedien versuchen derzeit, von schwerwiegenden politischen und wirtschaftlichen Veränderungen abzulenken, die im Windschatten der Pandemie umgesetzt werden und für die Corona wie Gerufen kommt Weiterhin will man erreichen, dass die Menschen in ihrer Angst vor dem Virus Maßnahmen und dauerhafte Einschränkungen akzeptieren, die angesichts der Situation in keiner Weise Gerechtfertigt sind und die den gesellschaftlichen Frieden sowie die wirtschaftliche Existenz von Millionen Menschen bedrohen Mit diesem Bericht möchte ich meinen Mitbürgern eine Handreichung geben, um sich selbst ein Bild von Diesen Hintergründen und dem wahren Ausmaß der Corona-Krise machen zu können Dabei beschränke ich mich auf öffentlich zugängliche Quellen, damit jede meiner Aussagen nachvollzogen werden kann Ich lade sie herzlich ein, meine Ausführungen zu überprüfen, noch bevor ihnen diese Möglichkeit durchbreite Zensur dauerhaft genommen wird Seite 2 Kurzfassung Zu Kapitel I Viele Bürger sehen die infolge der Corona-Maßnahmen eingetretene weltweite Wirtschaftskrise als Beweis dafür, dass die Regierungen die Gesundheit der Bevölkerung über die Interessen der Wirtschaft stellen Tatsächlich sind in der Corona-Krise insbesondere Kleine und mittlere Unternehmen in existenzbedrohende Schwierigkeiten geraten, was auf Den ersten Blick für diese Sichtweise spricht Für die größten Akteure der Weltwirtschaft Kommt die Krise jedoch wie gerufen, denn ihnen bietet sich eine einmalige Gelegenheit, um Ihren wirtschaftlichen sowie politischen Einfluss auszuweiten und so die eigenen Profitmöglichkeiten zu maximieren Sie streben dazu eine Neuordnung der Weltwirtschaft Entsprechend den eigenen Interessen an und instrumentalisieren die Wirtschaftskrise für Ihre Zwecke Dieser Neustart der Globalisierung birgt für den Großteil der Weltbevölkerung jedoch enorme Risiken Dies gilt insbesondere für Industrienationen wie Deutschland, denn die Pläne der Konzerne sehen einen beispiellosen Stellenabbau durch Digitalisierung, eine weitgehende Verdrängung des Mittelstands sowie die Aushebelung der Nationalstaaten in wirtschaftspolitischen Angelegenheiten vor Eine nur kleine Anzahl von Unternehmen der Finanz- und Digitalwirtschaft würde damit demokratiegefährdende Einflussmöglichkeiten erlangen, was nicht im Interesse der Bevölkerung sein kann Zu Kapitel 2 Die Digitalkonzerne und Regierungen weltweit nutzen die Sorgen und Ängste der Menschen Wegen des Coronavirus aus, um eine gesellschaftliche Akzeptanz für neuartige digitale Überwachungs- und Zensursysteme zu erwirken Diese Systeme umfassen unter anderem Kontaktverfolgung, digitale Identitäten, biometrische Gesichtserkennung sowie digitale Immunitätsnachweise und sind geeignet, eine totalitäre Kontrolle der gesamten Bevölkerung zu ermöglichen Weiterhin schaffen sie erhebliche Abhängigkeiten, weil sie Unter anderem den Zugang zum öffentlichen Leben kontrollieren In China werden diese Kontrollsysteme bereits eingesetzt und überwachen dort, wer sich wann wohin bewegen Darf Gesetzentwürfe der Bundesregierung sowie Äußerungen hoher politischer Funktionäre deuten darauf hin, dass der Einsatz derartiger Technologie wegen Corona Auch in Deutschland bereits fest vorgesehen ist Da diese Systeme von Konzernen wie Microsoft und Google entwickelt und von Finanzgrößen wie BlackRock und der Rockefeller Stiftung finanziert werden, besteht die reale Gefahr, dass diesen Akteuren in Folge der Corona-Krise zu viel Einfluss auf die individuelle Freiheit der Menschen eingeräumt wird Zu Kapitel 3, der Finanzsektor und die größten internationalen Banken nutzen die Krise, um ihren Einfluss auf Staaten und Unternehmen durch enorme Kreditvergaben auszuweiten Vielen Wirkern ist dabei nicht bewusst, dass Staatsverschuldung für private Investoren ein äußerst Attraktives Geschäft darstellt Der erhebliche Kapitalbedarf infolge der schwerwiegenden Rezession macht selbst wohlhabende Staaten beeinflussbar durch private Geldgeber Auch Deutschland musste sich in der Krise über eine Neuverschuldung am Kapitalmarkt Finanzieren konnte die enormen Unkosten also nur mit geliehenem Geld kompensieren Der Finanzsektor nutzt diese Abhängigkeiten, um seine eigenen Interessen durchzusetzen Aktuell forcieren die Groß- und Investmentbanken insbesondere die Bargeldabschaffung sowie die Zentralisierung der finanzpolitischen Macht in überstaatlichen Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Union, weil dies ihre Einflussmöglichkeiten auf einzelne Nationalstaaten erheblich vergrößert Zu Kapitel 4, die Medien kommen ihrer Aufgabe einer umfassenden Berichterstattung leider kaum nach Und informieren die Bevölkerung nicht über die entscheidenden Hintergründe der Vorgenannten Themen Stattdessen propagieren sie die Absichten der Konzerne und Schieben berechtigte Einwände dagegen in die Ecke der Verschwörungstheoretiker Damit Tragen sie, bewusst oder unbewusst, dazu bei, dass genau diejenigen am stärksten von dieser Krise profitieren, die es am wenigsten nötig hätten Seite 3 I Das Weltwirtschaftsforum WEF als Sprachrohr der einflussreichsten internationalen Konzerne und Großbankeninstrument alliiert die Krise, um eine lange vorbereitete Agenda zur Neuordnung der Weltwirtschaft umzusetzen, eins dieser sogenannte Great Way Set, wird uns als Wandel der Globalisierung hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft verkauft, doch handelt es sich hierbei um eine Täuschung Tatsächlich wollen die Konzerne des WEF, das im Wesentlichen von Finanz und Digitalindustrie kontrolliert wird, eine Zentralisierung der politischen Macht in überstaatlichen Institutionen wie den Vereinten Nationen, der EU und dem Internationalen Währungsfonds IWF erreichen 2 Die Bewältigung internationaler Krisen zum Wohle der Bevölkerung dient ihnen dabei als Begründung für diese Machtverschiebung, 3 aber ist es realistisch, dass sich die größten Konzerne der Welt plötzlich so sehr für das Wohl des Einzelnen interessieren oder nutzen sie den guten Willen der Menschen aus, die sich eine friedliche, gerechte Welt wünschen und überstaatliche Organisationen als Schlüssel hierfür sehen? Ehemalige UN-Führungskräfte warnen vor Missbrauch der Vereinten Nationen Frühere Führungskräfte der UN warnen davor, dass eine Stärkung globaler Organisationen bei den derzeitigen Einflussmöglichkeiten der Großkonzerne es diesen ermöglicht, die demokratische Kontrolle der Weltwirtschaft und Politik durch gewählte Parlamente dauerhaft auszuhebeln, vier damit können die Konzerne ihren internationalen Einfluss massiv ausweiten und die eigenen Profitmöglichkeiten maximieren Weiterhin können sie den Mittelstand verdrängen und die frei werdenden Marktanteile übernehmen Für all diese Ziele kommt Corona und die damit verbundene globale Wirtschaftskrise wie gerufen Die Kräfte hinter dem WEF nutzen deswegen ihren politischen Einfluss, um die Krise künstlich in die Länge zu ziehen und den Umbau der Weltwirtschaft entsprechend der eigenen Agenda voranzutreiben Das mag sich abstrakt und verschwörerisch anhören, doch die Verkündung des Great Wizard mitten im Höhepunkt der Corona-Krise spricht diesbezüglich Bände Damit die Bevölkerung und insbesondere der Mittelstand nicht gegen diese bedenkliche Entwicklung rebellieren, verpackt man den Plan in eine herzerwärmende Geschichte eines humanen, ökologischen Neustarts der Globalisierung und versteckt die angestrebte Machtverschiebung hinter sympathischen Floskeln wie Global Avenance oder Public Private Cooperation Doch wie glaubwürdig ist es, wenn genau die Kräfte, die sich seit Jahrzehnten durch beispiellosen Raubbau an der Natur auf Kosten der Allgemeinheit bereichern, sich plötzlich in grünem gewandt präsentieren, dass auch die Vereinten Nationen für diese weltweite Kampagne des Bankensektors und der Großkonzerne werben, deutet nebenbei bemerkt auf den bereits erwähnten Missbrauch der UN für Privatwirtschaftliche Interessen hin, 5 Zwischenzeitlich hat sich auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen für den Great Wizard ausgesprochen, 6 Es ist nun zu befürchten, dass politische Funktionäre Weltweit schon bald fordern werden, UN, WHO etc. mit mehr Autorität auszustatten, natürlich nur wegen Corona und anderen Krisen Doch wem würde dieser sogenannte Globalismus am Ende wirklich nützen? Globale Wirtschaftskrise begünstigt Transformation der Weltwirtschaft Viele Bürger sehen die infolge der Corona-Maßnahmen eingetretene Wirtschaftskrise als Beweis dafür, dass die Regierungen die Gesundheit der Bevölkerung über die Interessen der Wirtschaft stellen Leider ist genau Das Gegenteil der Fall, die Krise spielt den einflussreichsten Konzernen der Welt für ihre Angestrebte Transformation der Weltwirtschaft enorm in die Hände, und zwar auf Kosten der kleinen und mittleren Unternehmen Die Verlagerung von politischer Macht auf höhere Ebenen begünstigt diese Entwicklung Zusätzlich und man nutzt die Corona-Krise dementsprechend aus Bundestagspräsident Schäubler hat diese Mechanismen vor kurzem sogar selbst erstaunlich offen benannt, als er sagte Die Corona-Krise ist eine große Chance Der Widerstand gegen Veränderung wird in der Krise geringer Wir können die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbekommen 2.2.3.2.2.2.2.3.2.2.3.2.3.1.20 4. Barbara Adams, Jens Martens, Fit for His Purpose, Private Funding and Corporate Influence in the United Nations, 2015 5. The Great Reset, A Unique Twin Summit to Beginn 2021, www.weforum.org, 2020 6. The Great Reset, Building Future Resilience to Global Risks, www.weforum.org, 17.11.2020 7. Die Pandemie ist eine große Chance, www.wolfgang-schäuble.de, 21.08.2020 Seite 4 Es war sicherlich nicht seine Absicht, aber Schäuble beschreibt mit dieser Aussage selbst, warum die Krise für die lange geplante Transformation sehr gelegen kommt. Die Zentralisierung der Wirtschaft hinzu. Wenigen Großkonzernen und Finanzinvestoren wird mit der Wirtschaftsunion weiter beschleunigt. Den meisten höheren politischen Funktionären sind diese Wechselwirkungen bekannt. Die einen schweigen. Dazu, weil sie von der beschriebenen Entwicklung finanziell oder karrieretechnisch profitieren. Die anderen schweigen, weil ihnen bewusst ist, dass sich nach nur einem ehrlichen Wort die versammelte Front aus Medien und Politik auf sie stürzt und der politischen Karriere ein jähes Ende bereitet. Nur wenige deuten zumindest an, wem diese Krise wirklich nützt. Überstaatliche Institutionen ermöglichen Konzernen undemokratische Einflussnahme. Wenn nicht rechtzeitig genügend Menschen die Gefahren einer weiteren Machtkonzentration in wenigen großen Institutionen erkennen und sich dagegen wehren, dann könnten wir uns schon bald in einer Welt wiederfinden, in der unsere demokratisch legitimierten Regierungen praktisch keine Entscheidungsgewalt mehr besitzen. In der Finanzpolitik ist dies längst der Fall, weswegen die Umverteilung von den Fleißigen zu den Reichen auch ungebremst zunimmt. Zusätzlich will man nun, wegen Corona, auch die Wirtschaftspolitik aller EU-Mitgliedstaaten auf die Europäische Union übertragen. Man sollte sich jedoch keinen Illusionen darüber hingeben, wer von einem Machtzuwachs der EU-Kommission tatsächlich profitieren würde, eine Wirtschaftspolitik auf EU-Ebene würde nur noch die Interessen transnationaler Konzerne wie Amazon, BlackRock, Goldman Sachs etc. bedienen, eine beispiellose Privatisierungs- und Deregulierungswelle wäre die Folge. Bereits jetzt zeigt sich diese Ausrichtung der EU beispielsweise bei der De facto Steuerbefreiung der Digitalkonzerne sowie der Privilegierung des Finanzsektors. Sarah Wagenknecht beschreibt diesen Zusammenhang folgendermaßen Verlagert man nun immer mehr Kompetenzen auf eine Ebene, wo die Wirtschaft, vor allem die Großunternehmen, viel einflussreicher sind als alle anderen Interessengruppen, ist klar, was passiert, die Demokratie wird noch mehr ausgehöhlt, die Profitinteressen dominieren noch. Unverschämter Es ist eine völlige Illusion zu glauben, dass eine europäische Regierung den Konzernen besser Paroli bieten könnte als die Regierungen der einzelnen Staaten. In Wahrheit verhält es sich wegen der Machtverhältnisse auf EU-Ebene genau umgekehrt, je mehr Brüssel entscheidet, desto leichteres Spiel haben die großen Unternehmen, ihre Interessen durchzusetzen. Acht Mittelstand und Landwirtschaft werden aufgekauft, Arbeitsplätze werden abgebaut. Parallel zur angestrebten Machtverschiebung sorgen die Regierungen mit den Corona-Maßnahmen dafür, dass weite Teile des Mittelstands im Verlauf der Krise von Konzernen und Finanzinvestoren aufgekauft werden können oder vom Markt verschwinden. Ähnlich bedenkliche Entwicklungen sind seit längerem auch in der Landwirtschaft zu beobachten. Gleichzeitig nutzt man Corona als Vorwand für einen breiten Stellenabbau, der eine Grundvoraussetzung für die vierte industrielle Revolution, also die digitale Transformation der Wirtschaft, darstellt. Diese Vorgehensweise entspricht der Agenda des Great Reset und hat mit dem Schutz der Bevölkerung leider nicht viel zu tun. Ich appelliere daher insbesondere an alle kleinen und mittelständischen Unternehmer, sich gegen diese Bestrebungen zu wehren. Auch für die meisten Arbeitnehmer stellen diese energisch vorangetriebenen Pläne eine existenzielle Bedrohung dar. weil eine durchdigitalisierte, vollständig zentralisierte Weltwirtschaft mit deutlich weniger Arbeitskräften auskommen wird. Die Straße der Digitalisierung führt also direkt in Richtung Bedingtes, nicht Bedingungsloses, Grundeinkommen und damit in die totale Abhängigkeit. Die Digitalisierung wird die Mittelschicht verdrängen und von zehn Betroffenen wird nur einer gesellschaftlich aufsteigen, neun werden absteigen. Und ich garantiere Ihnen, wenn es etwas gibt, dass die digitale Bewegung stoppen wird, dann werden es gesellschaftliche Unruhen sein. 9. Sollen wir also dem in der Corona-Krise von Medien und Politik aufgebauten Narrativ der Digitalisierung als Heilsbringer unkritisch folgen? Oder wird uns hier etwas aufgedrängt, bei dem am Ende die Nachteile für uns alle überwiegen? 8. Sarah Wagenknecht, korrigiert gegen den Strom, zweite Auflage, S156, Westend Verlag, 2017. 9. How to adapt to the digital age, www.youtube.com, ab Minute 28, 28, 17.06.2016. Seite 5. 2. Digitalkonzerne und Regierungen weltweit instrumentalisieren die Angst vor dem Virus, um eine gesellschaftliche Akzeptanz für umfassende digitale Überwachungs- und Kontrollsysteme zu erreichen. Diese Systeme, die unter anderem Kontaktverfolgung, digitale Identitäten, biometrische Gesichtserkennung sowie digitale Immunitätsnachweise umfassen, sind geeignet, eine totalitäre Kontrolle der gesamten Bevölkerung zu ermöglichen. In China wird bereits die volle Bandbreite dieser inhumanen Technologien eingesetzt, was dazu führt, dass selbst die einfachsten Rechte der Bürger durch KI-gestützte Systeme eingeschränkt werden. So wird dort eine Kombination aus Corona-App und einer Vorstufe digitaler Immunitätsnachweise eingesetzt, um den Bürgern automatisch ihre Bewegungsfreiheit zu entziehen, wenn Ihr vom System ermittelter Gesundheitsstatus nicht den Vorgaben entspricht, 10 Kameras mit Gesichtserkennung erfassen und identifizieren zusätzlich jeden Menschen im öffentlichen Raum. Der 5G-Mobilfunkstandard ermöglicht diese Form der Massenüberwachung in Echtzeit, eine derartige. Gesellschaft lässt sich wohl nur als technokratische Tyrannei bezeichnen. Bedauerlicherweise werden ähnliche Pläne auch von unserer Bundesregierung verfolgt, auch sie wollte bereits mit einer sogenannten Impf- oder Immunitätsdokumentation den Menschen in unserem Land ihre Grundrechte wie Reise und Versammlungsfreiheit nur noch dann zugestehen, wenn dieser eine Immunität zb mittels Impfung Nachweisen können, 11 dieser Absichten unterscheiden sich nicht von denen der chinesischen Diktatur und Es ist nur dem öffentlichen Protest in Deutschland zu verdanken, dass die Regierung ihren Gesetzentwurf bislang noch nicht in der ursprünglichen Fassung verabschiedet hat. Finanz- und Digitalkonzerne errichten globale Überwachungsarchitektur. Das Weltwirtschaftsforum führt mit dem Bekommenpass noch in diesem Jahr ein System im internationalen Reiseverkehr ein, mit dem ebenfalls der Zugang zum öffentlichen Leben bzw. die Reisefreiheit weltweit überwacht und gesteuert werden soll. Bei diesem System müssen die Menschen eine digitale Identität anlegen sowie Impfstatus und oder Corona-Testergebnis in einer Datenbank hochladen, um überhaupt eine Reise antreten zu dürfen, 12 unterstützt wird das Projekt unter anderem von der Rockefeller Stiftung, Google, der Großbank JP Morgan, dem Finanzkonzern BlackRock sowie Vertretern der Vereinten Nationen, 13 Ziel der Beteiligten Institutionen und Unternehmen ist es, alle Regierungen weltweit zur Nutzung des Systems zu bewegen. Dabei zeigt sich, neben dem oben genannt Great Reset, erneut der globale Anspruch der Konzerne hinter dem Projekt und erneut wird die UN dafür instrumentaliert. Es stellt sich die Frage, warum insbesondere die Finanzkonzerne ein derart ausgeprägtes Interesse an Überwachung und Kontrolle der Menschen haben und warum sie für die Entwicklung entsprechender Technologien bereitwillig viel Geld investieren. Rückkehr zur Normalität nur mit digitaler Überwachung? Der Ethikrat rät derzeit noch von der Einführung derartiger Systeme ab, legt sich jedoch für die Zukunft nicht eindeutig fest, 14 ist es daher davon auszugehen, dass uns digitale Immunitätsnachweise oder ZBDR kommen Pass im Laufe der kommenden Monate von Medien und Regierung als Voraussetzung für eine Rückkehr zur Normalität präsentiert werden. Daneben werden bereits jetzt digitale Überwachungssysteme angeboten, die automatisch prüfen, ob ein Mensch normale Körpertemperatur aufweist und eine Maske trägt. Teilweise werden diese Systeme mit Gesichtserkennung kombiniert und die Hersteller werben mit. Effektive Echtzeitüberwachung von Gesichtern mit oder ohne Masken, 15 die Lufthansa hat jüngst ein. Entsprechendes System eingeführt, wobei die biometrischen Daten der Passagiere auf Microsoft-Servern gespeichert werden, 16 ich will mich nicht an die Vorstellung gewöhnen, dass derartige Technik in der breiten Anwendung schon bald über unsere Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum bestimmen könnte. Meine Sorge ist jedoch, dass einige Menschen ihre individuelle Freiheit für ein trügerisches Sicherheitsgefühl aufgeben würden. Aber sind derart massive Überwachungsmaßnahmen angesichts der Situation mit dem Coronavirus noch verhältnismäßig? 10 Coronavirus, so funktioniert Chinas Farbcode-System www.and.de, 16.04.2020 11 Formulierungshilfe für den Entwurf eines zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite www.bundesgesundheitsministerium.de, 29.04.2020 12 Common Pass, www.beforum.org, 2020 13 The Commons Project establishes Global Board of Trustees, www.tecommenceproject.org, 8.07.2020 14 Deutscher Ethikrat Drät derzeit von Covid-19 Immunitätsbescheinigungen ab, www.ethikrat.org, 22.09.2020 15 Erkennungssoftware soll Maskenverweigerer identifizieren, www.and.de, 19.09.2020 16 Häufig gestellte Fragen zu Star Alliance Biometrics, www.lufthansa.com, 2020 Seite 6 Edward Snowden warnt vor weltweiter Architektur der Unterdrückung Ich persönlich schließe mich in diesem Zusammenhang Edward Snowden an, der vor einer weltweiten Architektur der Unterdrückung mittels digitaler Technologie warnte, die die Krise überdauern werde. 17 Wenn wir es digitalen Systemen gestatten, über unsere Bewegungsfreiheit und unseren Zugang zum Öffentlichen Leben zu bestimmen, dann geben wir damit gleichzeitig die Kontrolle über unsere Elementar stellen Grundrechte an die Betreiber der digitalen Infrastruktur ab. Ein Blick nach China genügt, um die realen Gefahren einer derart technokratischen Gesellschaftsform zu erkennen. Niemand sollte in so einer Welt leben müssen, doch wir alle werden infolge eines zu sorglosen Umgangs mit dem technisch Machbaren zunehmend in diese Richtung gedrängt. Dies gilt auch für Europa, selbst wenn es im ersten Moment schwer vorstellbar sein mag. Die Tatsache, dass das 5G-Netz im Gegensatz zur bislang privaten Mobilfunkinfrastruktur in Deutschland mit viel Steuergeld errichtet wird, spricht in diesem Zusammenhang dafür, dass diese Technologie auch bei uns vorrangig der staatlichen Massenüberwachung dienen wird. Im Sommer 2019 fragte ich auf einer der zahlreichen Lobbyveranstaltungen in Berlin den Technikvorstand des weltgrößten Netzwerkausrüsters, ob 5G tatsächlich für private Nutzer entwickelt wird und wenn ja, für welche Anwendungen die Technologie konkret genutzt werden soll. Die Antwort, wonach 5G für professionelle Zwecke entwickelt werde, bestärkt mich in der Annahme, dass es hier keineswegs um die Bedürfnisse der Bürger geht. Das Weltwirtschaftsforum WEF wirbt bereits für eine flächendeckende Echtzeitüberwachung der gesamten Bevölkerung mittels 5G und begründet dies auf durchschaubare Weise mit Gesundheitsschutz. Fasst man alle Anwendungen zusammen, die die Konzerne des WEF mittels 5G umsetzen wollen, kommt man zu einem bedenklichen Ergebnis, mittelfristig sollen alle Daten, von sozialen Kontakten bis hin zu Vitalparametern, von jedem Menschen an jedem Ort in Echtzeit erfasst werden, 18 ist es deswegen eine Puffheit. Vorgehensweise der Bundesregierung, dass sie diese seit langem bestehenden Pläne nun mit den Geldern eines Corona-Konjunkturpakets umsetzen will, 19. Microsoft und Rockefeller Stiftung sammeln biometrische Daten der Weltbevölkerung. Auch die Einführung digitaler Identitäten wurde bereits vor der Corona-Krise angestrebt und von einflussreichen Akteuren vorangetrieben, die Rockefeller Stiftung und Microsoft verfolgen mit ID2020. Bereits seit einigen Jahren ein Projekt zur digitalen, biometrischen Erfassung der Weltbevölkerung, wobei digitale Immunitätsnachweise ebenfalls als möglicher Anwendungsfall für das Kontrollsystem beschrieben werden. 20. Eine globale Impfkampagne gegen das Corona-Virus könnte schon bald als Vorwand dienen, dieses seit Jahren vorbereitete Kontrollsystem weltweit auszurollen, möglicherweise in Kombination mit dem bereits beschriebenen Kommenpass. Man muss sich bewusst machen, dass damit die Identität jedes Bürgers Passwesen, Gesundheitsstatus, Bankdaten, soziale Kontakte etc. zentral verwaltet und an Private Konzerne ausgelagert würde, eine befremdliche, aber leider realistische Vorstellung. Betrachtet man Daneben noch andere Projekte der Digitalkonzerne, beschleicht einen das Gefühl, dass wir Menschen für diese Unternehmen eher eine Ware oder einen ökonomisch verwertbaren Rohstoff darstellen und es ihnen weniger um unsere Sicherheit geht. So hat beispielsweise Microsoft ein System patentiert, bei dem mit Sensoren ausgestattete menschliche Körper für das Schürfen von Kryptowährungen verwendet werden. 21. Das im Jahr 2017 veröffentlichte Facebook-Projekt zu Gehirncomputerschnittstellen erscheint aus. Diesem Blickwinkel betrachtet noch severer. Der US-Milliardär Elon Musk ließ bereits einen Roboter entwickeln, mit dem mikroelektronische Chips vollautomatisiert in menschliche Gehirne gepflanzt werden. Können 22, dass es dabei nicht vordergründig um medizinische Anwendungen geht, wird seitens der Entwickler mittlerweile auch nicht mehr abgestritten. Auf der letzten Konferenz des Weltwirtschaftsforums WEF im Januar 2020 warben Redner auf einer Veranstaltung unter dem Motto wenn Menschen zu Cyborgs werden, dafür ethische Aspekte zu Gunsten. 17 Corona-Maßnahmen. Znoden warnt vor Architektur der Unterdrückung. www.heise.de 11.04.2020 18 5G Global Accelerator Programme Compendium of Use Cases www.weforum.org September 2020 19 Eckpunkte Papier Konjunkturpaket www.bundesfinanzministerium.de 3.06.2020 20 www.id2020.org 21 Cryptocurrency System Using Body Activity Data Patentwo 2020-060606 bzw. US 16 13 85 18 26.03.2020 22 An Integrated Brain Machine Interface Platform with thousands of Channels www.bioxiv.org 2.08.2019 Seite 7 Des technisch Machbaren zu vernachlässigen 23 Was für Menschen kommen bei diesem Hochkarätigen Treffen zusammen, wenn dort derart abnormale Vorstellungen offen propagiert werden können? Der Gründer und Vorsitzende des WEF, Klaus Schwab, sagte im Mai 2019 wörtlich, dass die vierte industrielle Revolution zu einer Verschmelzung der physischen, digitalen und biologischen Identität führen werde. Ganz so, als hätte man das bereits über die Köpfe von 8 Milliarden Menschen hinweg entschieden, 24. Offensichtlich strebt man also nahezu weltweit die Errichtung einer Technokratie an, was für jeden empathischen Menschen Grund zur Besorgnis sein sollte. Generell werfen die Äußerungen dieser Zweifel los. Einfluss reichen Akteure die Frage auf, ob diese Leute nicht in einer völlig abgehobenen, potenziell sogar, gefährlichen Denkweise gefangen sind. Verlieren die Konzerne die Bodenhaftung? Ich bin der Meinung, dass wir umgehend eine breite Debatte über die ethischen Aspekte der vorgenannten Technologien einfordern müssen. Ähnlich wie bei der gentechnischen Klonung sollten wir uns auch bei Mikrochips im Gehirn die Frage stellen, ob wir alle technischen Möglichkeiten tatsächlich ausreizen wollen. oder ob diese Form des Transhumanismus nicht zu einer gefährlichen Entmenschlichung führt. Ist es Wirklich noch normal, wenn vermögende Personen bereits heute ankündigen, Menschen künftig mittels Implantiertem Chip in digitale Netzwerke einbinden zu wollen. 25 Aus welchem Grund will Microsoft die Biometrischen Merkmale der gesamten Weltbevölkerung erfassen? Sollen wir Unternehmen mit derartigen Absichten tatsächlich erlauben, wegen Corona eine weltumspannende Überwachungsarchitektur zu errichten und damit Zugriff auf all unsere Lebensbereiche zu erhalten? Und warum stellen eigentlich die Medien nicht diese fragen, sondern propagieren all diese Projekte vollkommen unkritisch? Corona bringt die schöne neue Welt, wenn wir nicht bald aufmerksamer und kritischer werden. Einflussreiche Akteure, darunter internationale Stiftungen, fordern bereits offen die permanente Totalüberwachung der gesamten Bevölkerung, natürlich nur wegen des Coronavirus, 26 all diese Aspekte. Sollte man nicht unberücksichtigt lassen, wenn man die Bestrebungen gewisser Philanthropen in dieser Krise betrachtet. Ohnehin sollten wir kritischer gegenüber Investoren werden, die sich mit strategischer Philanthropie unsere Zustimmung erkaufen und die trotz oder aufgrund ihrer vermeintlich selbstlosen Spenden immer vermögender und einflussreicher werden. Die umständlichen und teilweise unerfüllbaren Corona-Auflagen, ZB-Kontakt-Tagebücher, Gästelisten, Kontaktnachverfolgung durch Behörden etc. könnten viele Menschen dazu bewegen, digitale Überwachungssysteme als komfortable Lösung für den Alltag zu akzeptieren. Sollten uns Digitalkonzerne, Medien und Regierungen diesen chinesischen Weg als Schlüssel für eine Rückkehr zur neuen Normalität präsentieren, sollte jedem klar sein, worum es ihnen eigentlich geht. Neben dem Aspekt der Überwachung soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass die Digitalindustrie ihr Geschäftsmodell im Rahmen der Digitalisierung der Schulen längst auch auf den Bildungssektor ausdehnt und Corona hierfür einen willkommenen Vorwand liefert. Ich appelliere an alle Eltern und Lehrkräfte, diesen Bestrebungen nicht unkritisch zu folgen. Diese Konzerne sind nicht unsere Freunde und haben auch nicht das Wohl der Kinder oder die Wahrung der individuellen Freiheit im Sinn. Sie wollen in erster Linie Abhängigkeiten schaffen und ihre Technologien dazu in allen Sektoren unverzichtbar machen. Damit dehnen sie sich zunehmend in all unsere Lebensbereiche hinein aus, ohne dass uns dies wirklich bewusst gemacht würde. Die Digitalisierung der Verwaltung des Zahlungsverkehrs, der Schulen, der Wirtschaft, der Medien, der Kommunikation und Ausgabe. Letztlich der gesamten Gesellschaft wird weltweit von einer nur sehr kleinen Anzahl an Großkonzernen Vorangetrieben und finanziert Werden wir tatenlos dabei zusehen, wie diese Abhängigkeiten infolge der Corona-Krise ausgebaut und dauerhaft etabliert werden 23 Unhumans become cyborgs www.weforum.org ab Minute 28, 40, 24.01.2020 24 World Economic Forum Founder Klaus Schwab on the Force Industrial Revolution www.youtube.com ab Minute 15 Uhr und 45 Minuten 13.05.2019 25 Chip stellt Verbindung zwischen Gehirn und Smartphone her www.tagesspiegel.de 29.08.2020 26 National Covid-19 Testing Action Plan www.rockefellerfoundation.org 21.04.2020 Wie viel Überwachung und Kontrolle Hält eine freie Gesellschaft aus? Seite 9 3 Der Finanzsektor und insbesondere die internationalen Groß- und Investmentbanken Instrumentalisieren die Krise, um durch umfassende Kreditvergaben an Staaten sowie Unternehmen neue Abhängigkeiten zu schaffen und damit ihren politischen Einfluss auszuweiten. Dies geschieht entweder Direkt über die Banken oder indirekt über Organisationen wie den Internationalen Währungsfonds IWF Und die Weltbank Der akute Kapitalbedarf infolge der Krise macht die Staaten damit beeinflussbar durch Private Geldgeber Aufgrund dieser Machtverhältnisse wird jede demokratische Kontrolle unmöglich und Der private Bankensektor wird zum politischen Akteur Besonders fragwürdig ist diese Vorgehensweise Weil die Milliardenkredite im Wesentlichen nicht zur Unterstützung der Bevölkerung oder der Realwirtschaft verwendet werden, sondern analog zu vergangenen Bankenrettungen überwiegend an die Gläubiger der Staaten fließen Die Politik stützt mit dem geliehenen Geld also nur eingeschränkt die Wirtschaft, sondern erspart stattdessen dem Finanzsektor Verluste infolge der Krise Diese Umverteilung Wird dabei von Geringverdienern und Mittelschicht bezahlt, denn die enorme Neuverschuldung dürfte Spätestens nach der kommenden Bundestagswahl zu massiven Steuererhöhungen oder Vermögensabgaben Führen Gleichzeitig ermöglichen die Kredite den Großbanken politische Einflussnahme Aufgrund dieser Mechanismen haben sie ein Interesse daran, dass die Wirtschaftskrise infolge der Corona-Maßnahmen Einflussnahme Möglichst verheerend ausfällt, auch wenn dies zunächst völlig widersinnig erscheint. Sie nutzen dafür die Ihnen offenstehenden Kanäle in den Medien, um weiter Angst zu verbreiten und die wirtschaftliche Lage Noch zu Verschärfen Daneben werben sie über Institutionen wie den IVF oder die Weltbank für eine Machtverschiebung zugunsten überstaatlicher Organisationen, weil damit ihre Einflussmöglichkeiten auf Die globale Finanzpolitik weiter zunehmen Großbanken und IVF beeinflussen die weltweite Reaktion auf die Corona-Krise erheblich Der Finanzsektor macht bereits heute in der Außenpolitik sowie in der weltweiten Reaktion auf die Corona-Pandemie großen Einfluss geltend So waren bei dem im Oktober 2019 durchgeführten Planspiel Event 201 Des Weltwirtschaftsforums und der Bill & Melinda Gates Foundation auch Personen mit Verbindungen zur Weltbank anwesend, um die finanzpolitische Vorgehensweise bei einer möglichen Coronavirus-Pandemie Festzulegen, 27 für diesen Zweck simulierten die Teilnehmer eine Corona-Pandemie, die jedoch nur zwei Monate später tatsächlich auftrat Die weltweite Reaktion auf das Coronavirus erfolgte also keineswegs Zufällig, sondern wurde mit Event 201 aufwendig durchexerziert Welche Methoden dabei entwickelt Wurden, zeigen auch die jüngsten Ereignisse in Weißrussland, der IVF als langer Arm des Bankensektors bot Dem wirtschaftlich angeschlagenen Staat im Juni 2020 Hilfskredite in Höhe von 940 Millionen US-Dollar an und forderte im Gegenzug, dass das kleine Land ebenfalls Corona-Maßnahmen wie Lockdown, Maskenpflicht und Quarantäne durchführen müsse Der 28 Hintergrund dieser Forderungen war, dass Weißrussland durch seinen Nüchternen Umgang mit dem Coronavirus das gewünschte Narrativ der tödlichen Pandemie störte Betrachtet Man die lange Liste von 102 Staaten, die im Rahmen der Corona-Krise Kredite beim IVF beantragt haben Erscheint eine ähnliche Vorgehensweise des Währungsfonds auch in diesen Ländern denkbar Der IWF gibt Dabei selbst an, dass er die Kreditvergabe von angemessenen Corona-Maßnahmen der Empfängerländer Bildnachweis Seite 8 Istok.com Sergej Tinjakov Abhängig macht 29 wer sich also fragt, warum weltweit derart viele Staaten nahezu identische Maßnahmen Beschlossen haben, findet in diesen Zusammenhängen eine mögliche Antwort Weißrussland lehnte die Einmischung des IWF ab, die Konsequenzen können wir aktuell beobachten Das ist der EU bei ihrem aktuellen Kurs gegen Weißrussland nicht wirklich um den Ablauf der möglicherweise manipulierten Wahlen Geht, zeigt nebenbei bemerkt die Tatsache, dass die OSZE die Einladung des Landes zur Wahlbeobachtung vor Ort mit einer dürftigen Begründung abgelehnt hatte 30 Corona nützt den Banken für ihr Ziel der weltweiten Bargeldabschaffung Neben den politischen Aspekten missbraucht der Finanzsektor die Krise, um die bereits seit langem angestrebte weltweite Bargeldabschaffung weiter voranzutreiben Vielen Menschen ist dabei leider nicht Bewusst, welche Auswirkungen der Umstieg auf digitale Währungen hätte und welch enormes Missbrauchspotenzial damit verbunden ist Ich lege es an dieser Stelle jedem nahe, sich mit denen 27 www.centerforhealthsecurity.org event201 2019 28 Lukaschenko über Aufdrängung von zusätzlichen Bedingungen www.dol.belta.by 19.06.2020 29 The IMF is response to Covid 19 www.imf.org 29.06.2020 30 Odir will note the poor election observation mission to Belarus due to luck of invitation www.oc.org 15.07.2020 Seite 10 Tatsächlichen Folgen einer bargeldlosen Gesellschaft auseinanderzusetzen und insbesondere zu Verinnerlichen, welche Kontrolle die Betreiber einer globalen, digitalen Bezahlinfrastruktur über die Gesamte Bevölkerung ausüben könnten Auch sollte man sich bewusst machen, dass diese Unternehmen nach einer Abschaffung des Bargelds bei jedem Bezahlvorgang weltweit mitverdienen würden, was ich persönlich Ihnen keineswegs zugestehen möchte Einflussreiche Kräfte, die bereits vor Corona intensiven Lobbyismus für die weltweite Bargeldabschaffung Betrieben haben, nutzen die Krise nun für ihre Ziele aus Dass dies auch auf Microsoft-Gründer Bill Gates Zutrifft, sei an dieser Stelle nur am Rande erwähnt, 31 angesichts der enormen wirtschaftlichen Potenziale In diesem Sektor ist es jedenfalls unwahrscheinlich, dass es diesen Akteuren am Ende um etwas anderes Ginge als um Geld und politischen Einfluss, auch wenn sie dies hinter Öffentlichkeitswirksamen Spendenaktionen verbergen Wenn uns also nun erzählt wird, dass wir wegen Corona auf Bargeld Verzichten müssen, dann sollten wir die starken wirtschaftlichen Interessen dahinter nicht ausblenden Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die UN auch hier ihren Namen dafür hergibt, um für diese globale Kampagne des Bankensektors zu werben, 32 Der Finanzsektor installiert sein Personal in der Spitzenpolitik, und wir alle sehen tatenlos zu Insgesamt komme ich aufgrund meiner Beobachtungen im Bundestag zu dem Schluss, dass der Finanzsektor Mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit Einfluss auf die Politik nimmt und mittlerweile sogar sein eigenes Personal in den höchsten politischen Ämtern positionieren kann, ohne dass es zu einem öffentlichen Protest dagegen käme Wenn Goldman Sachs-Manager oder IWF-Vorsitzende Präsident der Europäischen Zentralbank werden können, hat die EU offensichtlich jede Nähe zu den Bedürfnissen und Interessen der Bevölkerung verloren Und wenn BlackRock-Vertreter in Deutschland als Kanzlerkandidat gehandelt werden Dann sind wir über die Absichten und Methoden des Finanzsektors scheinbar zu wenig informiert und Dementsprechend zu unkritisch Das aber sollten wir sein, wenn einerseits die Vermögen der Milliardäre Stetig zunehmen und gleichzeitig auch bei uns immer mehr Menschen in Armut leben Diese Entwicklung ist Kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Politik zugunsten der reichsten 0,01 Prozent Der größte Finanzkonzern der Welt, BlackRock, berät die EU mittlerweile ganz offiziell in finanzpolitischen Angelegenheiten Kann man die Beeinflussung der Politik durch die Finanzindustrie noch offensichtlicher Machen Im Jahr 2010, als die Süddeutsche Zeitung noch kritisch über den Einfluss des Finanzsektors Berichtete, schrieb ihr ehemaliger Chefredakteur Heribert Prantl zu diesen Zusammenhängen Es muss aber auch darüber geredet werden, wie man es wieder hinkriegt, dass in Europa nicht das Geld und die Finanzmärkte das Sagen haben, sondern die Volksvertretungen und die von ihnen Gewählten Regierungen 33 Ein anschauliches Beispiel für diese Einflussnahme des Finanzsektors auf Vertreter unserer Bundesregierung Bietet der aktuelle Comex-Skandal der Großbank Warburg, bei dem Steuergelder in dreistelliger Millionenhöhe gestohlen wurden Unser eigener Bundesfinanzminister, damals als Hamburger Bürgermeister übersah diesen Diebstahl, vereitelte später die Rückforderung der Gelder, belog den Finanzausschuss des Deutschen Bundestages über die Anzahl an Gesprächen mit Warburg-Vertretern und Sagt nun, da sich die Vorwürfe nicht mehr abstreiten lassen, dass er sich an den Gesprächsinhalt der Einzelnen Treffen nicht mehr erinnern könne 34 liebe Leser, solche Leute bekleiden die wichtigsten Ämter unserer Bundesregierung und entscheiden darüber, wie sich die Vermögensverteilung in Deutschland entwickelt. Der Fall Warburg bietet der gesamten Bevölkerung eine einmalige Gelegenheit, um die Absprachen zwischen Spitzenpolitik und Finanzsektor zu studieren. Der Vorgang an sich ist zwar keineswegs ein Einzelfall, jedoch dringen nur äußerst selten die Details derartiger Verschwörungen an die Öffentlichkeit. Ich hoffe daher, dass die Chance nicht ungenutzt verstreicht und sich die Bürger nicht wieder mit dramatisch vorgetragenen Appellen der politischen Funktionäre oder relativierenden Medienberichten beruhigen lassen. 34 www.betertankash.org members 3 www.betertankash.org members page 33. Geld regiert die Welt. Wer regiert das Geld? www.süddeutsche.de, 20.05.2010 34. Olaf Scholz mit Vorwürfen im Fall der Warburg Bank konfrontiert, www.bundestag.de, 9.09.2020 Seite 11 4. Die Leitmedien treiben durch irreführende Berichterstattung, Förderung von Spaltung und Lagerbildung sowie das kalkulierte Schüren von Ängsten gezielt einen Keil in unserer Gesellschaft. Insbesondere Angst ist dazu geeignet, uns alle zu Maßnahmen zu drängen, die wir unter normalen Umständen niemals akzeptieren würden. Die Medien verbreiten, je nach Zielsetzung, wahlweise Angst vor. Terror, dem gegenwärtigen Klimawandel oder aktuell einer Pandemie. Damit erwirken sie eine gesellschaftliche Zustimmung für Veränderungen, die eigentlich gegen die Interessen der Bevölkerung gerichtet sind. Der manipulative Trick dabei ist die Instrumentalisierung unseres Idealismus und unseres guten Willens, ZB für den Umweltschutz oder die Gesundheit unserer Mitmenschen. Das Resultat dieser Beeinflussung ist dabei für uns betroffene Bürger stets das Gleiche, ein Verlust an Freiheit und Wohlstand. Sowie eine weitere Machtkonzentration bei Akteuren, die sich konsequent unserer Beobachtung entziehen und über deren Ziele wir in keiner Weise informiert werden. Gelegentlich kommt es vor, dass prominente Medienvertreter diese Machtverhältnisse in der Medienlandschaft offen ansprechen. So sagte der frühere Chefredakteur der New York Times, John Swinton, vor vielen Jahren auf einer Versammlung der renommierten US-amerikanischen Journalisten. So etwas wie eine unabhängige Presse gibt es in Amerika nicht, außer in abgelegenen Kleinstädten. Auf dem Land. Ihr seid alle Sklaven. Ihr wisst es und ich weiß es. Nicht ein einziger von euch wagt, es eine ehrliche Meinung auszudrücken. Wenn ihr sie zum Ausdruck brächtet, würdet ihr schon im voraus wissen, dass sie niemals im Druck erscheinen würde. Wenn ich erlauben würde, dass in einer Ausgabe meiner Zeitung ehrliche Meinungen abgedruckt würden, wäre ich vor Ablauf von 24 Stunden wie Othello, meine Anstellung wäre weg. Derjenige, der so verrückt wäre, ehrliche Meinungen zu schreiben, wäre auf der Straße, um einen neuen Job zu suchen. Das Geschäft des Journalisten in New York ist es, die Wahrheit zu verdrehen, unverblümt zu lügen, sie zu pervertieren, zu schmähen, zu Füßen des Großkapitals Orige Mermen zu Katzbuckeln und das eigene Land und Volk für sein tägliches Brot zu verkaufen, oder, was dasselbe ist, für sein Gehalt. Ihr wisst es und ich weiß es, was für ein Unsinn, einen Toast auf die Unabhängigkeit der Presse auszubringen. Wir sind Werkzeuge und Dienstleute reicher Männer hinter der Bühne. Wir sind Hampelmänner. Sie ziehen die Fäden und wir tanzen. Unsere Zeit, unsere Fähigkeiten, unser Leben. Unsere Möglichkeiten sind alle das Eigentum anderer Menschen. Wir sind Intellektuelle. Prostituierte. 35. Ich fürchte, an diesen Zusammenhängen hat sich nicht das Geringste geändert. Im Gegenteil, mittlerweile können auch kleinere Regionalmedien kaum noch neutrale Standpunkte abdrucken, weil sie den Großteil der Nachrichten von wenigen, zentralen Presseagenturen zukaufen und zu überregionalen Themen keine eigene Recherche mehr betreiben. Es ist heute dementsprechend bedeutend einfacher, unbequeme Meinungen aus den Medien herauszuhalten. Die privaten und öffentlich-rechtlichen Medien sowie die sozialen Netzwerke sorgen also dafür, dass stets von den entscheidenden Hintergründen wichtiger Ereignisse abgelenkt wird und stattdessen die eigenen gewünschten Narrative aufgebaut werden. Parallel. Dazu zwingt man der Gesellschaft, offensichtlich mit dem Ziel der Ablenkung, unnötige Debatten über vollkommen irrelevante Themen auf. Wer sich einmal näher mit den wissenschaftlich entwickelten Methoden der Meinungsmanipulation beschäftigt hat, der wird erkennen, dass diese Vorgehensweise System hat und keineswegs zufällig angewendet wird. 36. Wie entstanden die Bilder aus Bergamo? Die Medien nutzen auch die Macht der Bilder und setzen diese gezielt ein. Sie schockieren uns mit. Aufnahmen von angeblichen Corona-Massengräbern in den USA, verschweigen aber gleichzeitig, dass verstorbene Obdachlose dort bereits seit vielen Jahren in Sammelgräbern bestattet werden und entsprechende Videoaufnahmen bereits 2016 entstanden sind. 37. Sie zeigen uns dramatische Bilder von Militär-LKWs, die Särge im norditalienischen Bergamo abtransportieren und unterschlagen gleichzeitig die Wichtige Information, dass laut dem Dachverband der italienischen Bestattungsbranche zu Beginn der Welt. 35. E. J. Schellhaus, The New Republic, Founded on the Natural and Inalien Ebelites of Man, S. 122, www.archive.org, 1883. 36. Edward Bernays, Propaganda, Die Kunst der Public Relations, 1928, Deutsche Erstausgabe 2019. 37. The Potter is Field, www.youtube.com, 2016. Seite 12. Corona-Krise 70% der Bestattungsunternehmen in der Region Quarantäne bedingt ihre Arbeit. Niederlegten und nur deswegen das Militär für einen einmaligen Transport von 60 Särgen herangezogen. Wurde 38 die Medienkonzerne und der öffentlich-rechtliche Rundfunk verlassen sich dabei darauf, dass wir Bürger nicht die Zeit für entsprechende Hintergrundrecherchen haben und deswegen auf die Berichterstattung vertrauen müssen. Doch aus welchem Grund werden wir derart unvollständig? Informiert? Und machen wir es den Medien damit nicht zu leicht, uns in unserer Meinung zu beeinflussen? Mangelnde Neutralität auch bei Wikipedia. Selbst die Wikipedia-Enzyklopädie mit ihrer enormen Reichweite und Akzeptanz in der Bevölkerung gibt. Sich längst für gut bezahlte PR-Kampagnen von Großkonzernen oder vermögenden Einzelpersonen her, 39. Gleichzeitig entwickelt sie sich immer mehr zum digitalen Pranger für Personen außerhalb des Mainstreams. So wurde auf Wikipedia im Rahmen der Corona-Krise systematisch der Ruf zahlreicher renommierter Wissenschaftler, wie beispielsweise des Nobelpreisträgers Luc Montaigneur, beschädigt. Obwohl diese noch vor Corona zu den Angesehenstellen ihres Fachs gehörten. Besonders hinterhältig ist diese Vorgehensweise, weil man sich gegen diese Form der öffentlichen Diffamierung nicht wehren kann und das interne Wikipedia-Regime jede Korrektur verhindert. Besorgniserregend ist dabei auch der aktuelle Trend, mittels sogenannter Faktenchecks unbequeme Sachverhalte zum Coronavirus dreist zurechtzubiegen und missliebige Meinungen zu diffamieren. Corona-Narrativ wird Kindern mit Computerspielen eingeprägt. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk beteiligt sich am aktuellen Corona-Framming und schreckt dabei selbst vor der gezielten Beeinflussung von Kindern nicht zurück. So ließen beispielsweise ARD und ZDF ein. Beitragsfinanziertes Corona-Computerspiel für Jugendliche entwickeln, bei dem man als Spieler hochinfektiösen Kleinkindern oder Verschwörungstheoretikern ausweichen muss, 40 Ich überlasse es. Jedem selbst, ob eine derartige Öffentlichkeitsarbeit auf Kosten der Beitragszahler noch einem seriösen Umgang mit der Pandemie entspricht. Die Bilder aus Bergamo, 70% der Bestatter in der Region mussten in Quarantäne, man bat deswegen das. Bildnachweis, Istok, Komschaunel. Militär um einen einmaligen Transport von 60 Särgen. 38 Coronavirus, Federazione Onoranze Funebri, www.atngronos.com, 24.03.2020. 39 Hellen Beileski, Wikipedia, ein Sumpf aus übeln Machenschaften, 2018. 40 www.plecoronaworld.com, 2020. Seite 13 Liebe Leserinnen und Leser, Vermutlich bleibt Ihnen nur noch wenig Zeit, um all diese Hintergründe selbst zu überprüfen und sich wirklich eine eigene Meinung darüber bilden zu können. Denn längst versuchen Regierungen weltweit in enger Zusammenarbeit mit den Medien und der Digitalwirtschaft, ihnen diese Möglichkeit mittels Zensur zu nehmen. 41 Mann begründet dies mit angeblich gefährlichen Verschwörungstheorien, doch ist das Ziel dabei keineswegs der Schutz der Bevölkerung vor Falschmeldungen, sondern die Unterdrückung unbequemer Fakten und Meinungen. Bereits jetzt werden insbesondere auf den großen Online-Plattformen willkürlich Inhalte gelöscht und dies stets mit dem Beschutz vor Desinformation begründet. Wenn wir es jedoch zulassen, dass alternative Sichtweisen unter vorgeschobenen Gründen zensiert werden, dann verzichten wir nicht nur auf unsere Grundrechte der Meinungs- und Pressefreiheit, sondern begeben uns gleichzeitig in eine totale Abhängigkeit von Medien, Digitalkonzernen und Politiker aussagen. Das Nervöse Vorgehen der Regierenden gegen jede Kritik an den Corona-Maßnahmen zeigt, dass man aktuell ernsthaft um die Meinungshoheit besorgt ist, dass kritische Stimmen in den Medien zwar breit diffamiert werden, dabei jedoch kaum selbst zu Wort kommen, deutet ebenfalls auf einen befürchteten Kontrollverlust über die öffentliche Meinung hin. Wenn wir es der Regierung deswegen nun aber zugestehen, dass sie sich selbst oder von ihr autorisierte Institutionen zu einer Art Wahrheitsministerium ermächtigt, wie lässt sich dies dann mit dem Anspruch einer liberalen, offenen Gesellschaft vereinbaren? Demokratie wird durch Lobbyismus und Unterdrückung unbequemer Meinungen ausgehöhlt. Ich fürchte, wir müssen angesichts dieser Bestrebungen einen äußerst unbequemen Denkschritt wagen. Wir müssen ernsthaft die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wir in zahlreichen wichtigen Fragestellungen bewusst und vorsätzlich getäuscht werden und dass nicht nur die Medien, sondern auch führende Politiker dies zu unser aller Nachteil mittragen. Wer einmal selbst das abstoßende Duckmäuser-TOM erlebt hat, das im Bundestag und in unseren Ministerien vorherrscht, macht sich keinerlei Illusionen mehr über die Integrität unserer Regierung. Der Bundestag ist ein sich selbst regulierendes System, bei dem jeder unter Druck gesetzt wird, der den engen Korridor der geduldeten Meinungen verlässt. Dies gilt insbesondere dann, wenn es um die Einflussnahme der Konzerne und Großbanken geht, diese Zusammenhänge sind. Weitestgehend tabu und werden auch in den nicht-öffentlichen Ausschusssitzungen totgeschwiegen. Obwohl die meisten wichtigen politischen Entscheidungen mit ihnen verbunden sind. Wer mir nun vorwirft, dass ich mit dieser Feststellung die Demokratie verächtlich mache, der macht es sich zu leicht. Im Gegenteil. Ich will, dass sie wiederhergestellt wird, und zwar im Interesse von uns einfachen Bürgern. Denn wer einmal beobachten konnte, mit welcher Selbstverständlichkeit milliardäre Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen, dem geht das Wort Demokratie kaum noch über die Lippen. Kirchenvertreter warnen uns mit einem Aufruf. Auch ranghöchste Kirchenvertreter haben den Ernst der Lage erkannt und warnen vor den Absichten finanzstarke Akteure in dieser Krise. Sie Bestrebungen wirkt und die damit verbundene Zentralisierung der politischen und wirtschaftlichen Macht sich jeder demokratischen Kontrolle entziehen wird. Auch weisen sie auf die Gefahren digitaler Überwachung für die individuelle Freiheit eines jedes Menschen hin. Es spricht Bände über die Absichten der Medien, dass sie diese aufrichtige Warnung der Würdenträger als bösartige Verschwörungstheorie abgetan haben. Ich schließe mich dem Aufruf der Bischöfe und Kardinäle an dieser Stelle in vollem Umfang. An und danke ihnen gleichzeitig für den Mut, sich mit ihren berechtigten Mahnungen gegen die breite Front aus Medien, Regierungen und weiten Teilen der eigenen Kirche zu stellen. 42 www.veritaslieberabitwos.info Ausnahmezustand und neue Normalität werden weltweit mit Nachdruck durchgesetzt. Wir sollten misstrauisch werden, wenn uns nun von allen Seiten erhebliche Einschränkungen und dauerhafte Veränderungen unseres Lebens diktiert werden. Und keinesfalls sollten wir uns dem Auffälligen Framing von Politik und Medienbeugen, wonach wir unser altes Leben abzuschreiben hätten und die neue. 41 Innenminister wollen gegen Verschwörungstheorien vorgehen, www.mdr.de, 9.05.2020 Seite 14 Normalität alternativlos sei. Denn es gibt immer eine Alternative. Und wenn das RKI und Christian Drosten bereits jetzt andeuten, dass der aktuelle Ausnahmezustand und auch die Maskenpflicht auf unbestimmte Zeit fortbestehen sollen, dann läuft hier gewaltig etwas aus dem Ruder, 43, 44 der Ausnahmezustand soll also zum Dauerzustand werden, und zwar weltweit. Dazu passt es gut, dass praktisch alle Leitmedien der Welt sowie die einflussreichsten internationalen Organisationen wie UN, WHO, IWF, das Weltwirtschaftsforum, und die Weltbank das Framing des The New Normal weltweit mit Nachdruck in die Köpfe der Menschen zu. Pressen versuchen, 45 doch wird ihnen das gelingen? Und was macht das eigentlich mit den Kindern, wenn sie in der wichtigsten Phase ihrer Entwicklung über Jahre hinweg unter diesen Umständen leben sollen? Mündigen Bürgern kann mehr Eigenverantwortung zugemutet werden. Wir alle haben ein Recht darauf, Schritt für Schritt zu mehr Eigenverantwortung zurückzukehren. Ich plädiere deswegen dafür, dass wir uns eigenverantwortlich und ohne staatlichen Zwang mit den aktuellen Gegebenheiten auseinandersetzen. Allen bekannten Studien zufolge ist Abstand der wirksamste Schutz gegen eine Infektion und es ist jedem mündigen Bürger zumutbar, diese Erkenntnis bei Bedarf umzusetzen. Wir sollten uns dagegen wehren, wenn uns unverhältnismäßige Maßnahmen aufgedrängt werden. Rechtfertigt es die Corona-Krise tatsächlich, alte und kranke Bewohner von Pflegeheimen ohne deren Einverständnis zu isolieren, Eltern ihre Kinder für eine Zwangsquarantäne wegzunehmen oder Bürger mit positivem PCR-Test gegen deren Willen in Polizei bewachte Einrichtungen zu sperren? Und ist? Beispielsweise die Ausstattung von Menschen mit mikroelektronischen Abstandssensoren, sogenannten Corona. Armbänder, nicht eine zutiefst entwürdigende, totalitäre Maßnahme und angesichts der Situation. Vollkommen überzogen? Im Saarland sollen demnächst 3000 Kinder im Rahmen eines Pilotprojekts mit. Derartigen Sensoren ausgestattet werden, 46 der Geschäftsführer eines Herstellers dieser Abstandssensoren. Zeigte sich kürzlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sogar offen dafür, die gesamte Bevölkerung damit auszustatten, 47 Ich hoffe, ich bin nicht alleine mit meiner Einschätzung, wenn ich diesen Vorschlag als vollkommen geisteskrank und pervers bezeichne. Ein Nutzen von Alltagsmasken für die Allgemeinbevölkerung ist nicht nachgewiesen. Ebenfalls zu hinterfragen ist die Pflicht zum Tragen einer Maske in der Öffentlichkeit, besonders ohne Normung des dafür verwendeten Materials. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gab. Dazu als zuständige Bundesoberbehörde noch bis November dieses Jahres an, das für nicht-medizinische. Masken eine Schutzwirkung weder für den Träger selbst noch für andere nachgewiesen ist, 48 in der. Zwischenzeit hat die Behörde kurzfristig ihre Empfehlung geändert und lobt nun selbst einfache Stoffmasken als wirksamen Infektionsschutz. Diese Vorgehensweise erscheint fragwürdig. Entgegen der Behauptungen diverser Politiker existiert bis heute kein wissenschaftlicher Nachweis dafür, dass eine Maskenpflicht für die Allgemeinbevölkerung im öffentlichen Raum sinnvoll ist, lediglich medizinische. Masken haben bei korrekter Anwendung einen nachgewiesenen Nutzen. Die Studienlage deutet jedoch darauf hin, dass der falsche Gebrauch von Masken, der bei einem Großteil der Bevölkerung beobachtet, werden kann, das Infektionsrisiko sogar erhöht, 49 denn kaum ein Mensch hält sich an die Vorgaben, wonach die Außenseite der Maske nie berührt werden darf, sie nach vier Stunden ausgewechselt werden muss, vor. Und nach jeder Nutzung die Hände gewaschen und Masken nicht mehrfach verwendet bzw. nach jeder Verwendung heißt gewaschen werden müssen. Jedem politischen Entscheidungsträger muss klar sein, dass derartige Vorgaben im Alltag nicht einmal im Ansatz einzuhalten sind und der Schaden der Masken den Nutzen daher mit hoher Wahrscheinlichkeit überwiegt, ganz zu schweigen von den verheerenden Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben. Ich schließe mich daher Herrn Prof. Dr. Christian Drosten an, der noch im Januar 2020 die Wirkungslosigkeit von Masken betonte, 50 damit verbunden erinnere ich an. Die Aussagen der Bundeskanzlerin sowie des bayerischen Ministerpräsidenten, wonach so genannte. 43 Christian Drosten, wir haben es selbst in der Hand, www.zeit.de, 6.10.2020 44 Die Pandemie in Deutschland in den nächsten Monaten, www.erki.de, 13.10.2020 45 Invasion of the New Normals, www.consentfactory.org, 9.8.2020 46 Funkchips sollen Saar-Schüler zum Abstand halten mahnen, www.saarbrücker-zeitung.de, 11.11.2020 47 Firmenportrait, Kinexon, Abstandshalter für den US-Sport, www.deutschlandfunk.de, ab Minute 5 Uhr und 6 Minuten, 28.08.2020 48 Hinweise des Pfam zur Verwendung von Mund-, Nasenbedeckungen, www.pfam.de, 26.06.2020, nicht mehr abrufbar 49 Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit, keine Hinweise für eine Wirksamkeit, www.time-connect.com, 18.08.2020 50 RBB Interview mit Prof. Dr. Christian Drosten, www.youtube.com, ab Minute 25, 58, 30.01.2020 Seite 15 Alltagsmasken zu gefährlichen Virenschlödern werden können und eine Maskenpflicht daher abzulehnen sei Der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, Prof. Dr. Lars Schade, sagte noch am 28.02.2020 zur Verwendung von Masken in der Corona-Pandemie Die Masken, das ist mehrfach untersucht worden. Es gibt einfach keine wissenschaftliche Evidenz, dass das irgendeinen Sinn hätte. 51 Für diese Aussage sprechen auch die offiziellen Zahlen des RKI selbst, denn die Einführung der Maskenpflicht Ende April hatte überhaupt keinen positiven Effekt auf den R-Wert und die ohnehin bereits sinkenden Infektionszahlen 52 Aktuell steigen die Zahlen trotz der Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Das Bayerische Gesundheitsministerium selbst lieferte dafür eine Prosbo-Erklärung, denn dort hieß es auf der Informationsseite zur Influenza noch bis Anfang Oktober 2020 Das Risiko einer Infektion kann durch einen eng anliegenden Mund-Nasen-Schutz, wie er in der Chirurgie und der Intensivmedizin verwendet wird, verringert werden. Einlagige Masken sind unwirksam Das generelle Tragen von Atemschutzmasken oder Mund-Nasen-Schutz durch die Allgemeinbevölkerung während einer Influenza-Pandemie lässt aber keine wesentliche Reduzierung der Übertragung von Influenza-Viren erwarten und wird daher auch nicht empfohlen. Denn jede Kontaktperson könnte eine Infektionsquelle sein. Familienangehörige, insbesondere Kinder, und Freunde stellen wegen des engeren Kontakts eine erheblich wirksamere Infektionsquelle dar als zum Beispiel flüchtige Kontaktpersonen in der U-Bahn. Folglich müsste der Mund-Nasen-Schutz ständig, auch zu Hause, getragen werden, um wirksam zu sein, dies ist nicht praktikabel. 53 Gesundheitsministerium widerspricht sich selbst bei Alltagsmasken. Das Ministerium gab also über Jahre hinweg auf der Influenza-Seite an, dass eine Maskenpflicht wegen der Ansteckungen im häuslichen Umfeld sinnlos ist. Auf der Seite zum Coronavirus hingegen wurde die Maske gleichzeitig als Lebensretter gepriesen, obwohl auch hier die meisten Ansteckungen zu Hause auftreten, 54. Zwischenzeitlich wurde diese widersinnige Aussage still und heimlich umformuliert, denn bei Coronaviren ist nun plötzlich alles anders und Masken müssen mittlerweile sogar an der frischen Luft getragen werden. Ich habe jedenfalls keinen Zweifel, dass man mit derartigen Maßnahmen systematisch die körperlichen und mentalen Abwehrkräfte der Bevölkerung schwächt. In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass der Deutsche Bundestag alle Abgeordneten sowie Mitarbeiter in einer internen Hörnern Hausmitteilung vor der signifikanten Co. 2 Anreicherung im Blut bei längerem Tragen einer Maske gewarnt. Hat 55 den Bürgern hat man diese wesentliche Information allerdings vorenthalten und den Sachverhalt der Co. 2 Rückatmung mit pseudowissenschaftlichen Faktenchecks sogar geleugnet 56 die allgemeine Pflicht. Zum Tragen einer Maske stellt folglich eine rein psychologische und wegen der Selbstkontaminationen potenziell sogar gesundheitsgefährdende Maßnahme seitens der Regierungen dar, um der Bevölkerung nachhaltig das gewünschte Narrativ einer allgegenwärtigen Gefahr einzuprägen. Diese Vorgehensweise entspricht der Strategie des Bundesinnenministeriums zur Kommunikation in der Corona-Krise, der zufolge die menschliche Orangst vor dem Ersticken gezielt eingesetzt werden soll, um die gewünschte Schockwirkung bei der Bevölkerung zu erzielen 57 es sei jedem selbst überlassen, wie er diese Zielsetzung der Bundesregierung bewertet, dass diese gewünschte Schockwirkung aber auch geeignet ist. Insbesondere kleine Kinder zu traumatisieren und ihnen auf Lebenszeit Angst vor anderen Menschen zu machen, soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Bereits jetzt kann man beobachten, dass viele Bürger infolge ihrer Angst vor dem Virus ein vollkommen gestörtes Sozialverhalten entwickelt haben und ihre Mitmenschen nur noch als Bedrohung wahrnehmen. Wer das empathielose Strategiepapier des Innenministeriums gelesen hat, kennt die Verantwortlichen für diesen furchtbaren gesellschaftlichen Schaden. 51 tägliches Pressebriefing Robert Koch Institut zu Covid-19 in Deutschland www.youtube.com 28.02.2020 52 Tabelle mit NoCasting-Zahlen zur Erschätzung www.erkey.de 12.10.2020 53 Grippe, Influencer, häufig gestellte Fragen www.stmgp.bayern.de 2020 nicht mehr abrufbar 54 Epidemiologisches Böteng 382020 www.erkey.de 17.09.2020 55 Hausmitteilung 2222020 Deutscher Bundestag, 28.08.2020 56 Nein, beim Tragen eines Mundschutzes atmet man nicht zu viel Co.2 ein www.korrektiv.org 24.04.2020 57 Strategiepapier, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen www.bmi.bund.de 28.04.2020 Ist es angesichts der wissenschaftlichen Datenlage vertretbar? Kinder über längere Zeit und auch an der frischen Luft Masken tragen zu lassen? Seite 17 Immunitätsnachweise bedeuten indirekte Impfpflicht Unsere Grundrechte sowie unser unbeschränkter Zugang zum öffentlichen Leben sind unverhandelbar In diesem Zusammenhang ist auch eine indirekte Impfpflicht, wie sie sogenannte Immunitätsnachweise mit sich bringen würden, für einen kaum erprobten, gentechnischen Impfstoff entschieden abzulehnen. Die damit verbundenen Risiken erscheinen im Verhältnis zum Gefährdungspotenzial des Coronavirus unkalkulierbar Als mahnendes Beispiel hierfür sei an die übereilt entwickelten Impfstoffe gegen die Schweinegrippe erinnert, die insbesondere bei Kindern zu tragischen Impfschäden führten, 58 nicht ohne. Grund dauert die Entwicklung eines sicheren Impfstoffs bis zu 20 Jahre. Da eine Impfung allen bisherigen Erkenntnissen nach lediglich einen schweren Verlauf verhindert aber nicht sicherstellt, dass man sich nicht mehr infizieren und andere anstecken kann, stellt sich ohnehin die Frage, warum gesunde Menschen geimpft werden sollen. Wer sich impfen will, soll dies dementsprechend auf freiwilliger Basis tun. Aber die Corona-Krise darf nicht dazu führen, unseren Alltag und unser Miteinander durch dauerhaften Zwang zu entmenschlichen, denn ich habe keinen Zweifel, dass unsere Gesellschaft daran zerbrechen würde. Wir müssen daher aufmerksam beobachten, ob die Bundesregierung zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen wird, den Weg zurück zur Normalität an Bedingungen wie Immunitätsnachweise oder ähnlich zu knüpfen. Aktuell deutet leider einiges darauf hin, dass man eine faktische Impfpflicht mittels gesellschaftlichen Zwangs anstrebt. So legen Äußerungen von Regierungsvertretern nahe, dass man eine Diskriminierung von nicht geimpften Personen gesetzlich nicht unterbinden wird, obwohl dies ohne weiteres möglich wäre, 59. Die Absichten hinter dieser Vorgehensweise liegen auf der Hand. Das Virus nicht verharmlosen, aber neue Erkenntnisse auch nicht ausblenden. Corona ist kein völlig harmloses Virus. Wir haben jedoch in der Zwischenzeit einen neuen Kenntnisstand erlangt, den wir nun auch berücksichtigen müssen. Daneben muss unverzüglich geklärt werden, inwiefern Die zwischenzeitlich bekannt gewordenen Behandlungsfehler bei Medikation und Beatmung von Covid Patienten zu vorzeitigen Todesfällen beigetragen haben, 60, 61. Wir sollten also die tragischen Ereignisse in Vereinzelten Regionen der Welt nicht vorschnell zum Maßstab für unseren weiteren Umgang mit dieser Krise machen Insbesondere die jüngsten Antikörperstudien zeigen, dass bereits deutlich mehr Menschen eine Infektion durchgemacht haben als zunächst angenommen, 62 die bislang verlaupten Werte bezüglich. Der Fallsterblichkeit sind dementsprechend nicht mehr haltbar. Wir müssen also im Umgang mit dem Virus Neue Wege finden, die unserer Gesellschaft weniger Schaden zufügen. Vor allem sollten wir zu mehr Eigenverantwortung zurückfinden, weil staatliche Eingriffe in den privaten Bereich auf Dauer den Gesellschaftlichen Frieden bedrohen Und wenn die Bundeskanzlerin wörtlich sagt, dass man gegenüber der Bevölkerung nun die Zügel anziehen müsse, dann scheint hier jemand vergessen zu haben, wer der Eigentliche souverän in einer Demokratie ist, beziehungsweise sein sollte Verheerende Kollateralschäden und menschliches Leid in Entwicklungsländern Es spricht einiges dafür, dass die getroffenen Maßnahmen zunehmend unbeherrschbare Auswirkungen Nach sich ziehen Bundesentwicklungsminister Müller äußerte kürzlich, dass in Folge der Corona Maßnahmen weit mehr Menschen sterben werden als durch das Virus selbst 63 so sind vor allem in Entwicklungsländern in Folge der Lockdowns die Lieferketten für wichtige Medikamente, wie ZB für Bildnachweis Seite 16, Istok, Comsenia SM Tuberkulose, HIV und Malaria, in Teilen zusammengebrochen In afrikanischen Staaten wird daher bei Fortdauer der Maßnahmen mit mehreren Millionen zusätzlichen Toten gerechnet 64, 65, 66 zusätzlich zeigt Sich mittlerweile, dass die weltweiten Lockdowns zu tödlichen Nahrungsmittelknappheiten führen 67 um Uns selbst zu schützen, nehmen wir also bedeutend mehr Opfer in anderen Ländern in Kauf 58 Grippeimpfung, wie Pandemrex eine Narkolepsie auslöst, www.ärzteblatt.de, 2.07.2015 59 Kalitschek, Corona-Impfstoff ist sicher, www.zdf.de, 17.12.2020 60 Covid-19, kleinere Studie mit Chloroquin wegen Komplikationen abgebrochen, www.ärzteblatt.de, 14.04.2020 61 invasive und nicht invasive Beatmung von Covid-19, Patienten, www.ärzteblatt.de, 3.08.2020 62 Ische Studie, 42,4% sind Antikörper positiv, www.immunusmed.ac.at, 25.06.2020 63 Entwicklungsminister, an Lockdown-Folgen sterben mehr Menschen als am Virus, www.reuters.com, 23.09.2020 64 The potential impact of health service disruptions on the Boden of Malaria, www.hu.int, 23.04.2020 65 Covid-19, related service disruptions could cause hundreds of thousands of extra deaths from HIV, www.hu.int, 11.05.2020 66 Majority of HIV, TB and Malaria programs face disruptions as a result of Covid-19, www.tglobalfund.org, 17.06.2020 67 neue Hungerepizentren durch Covid-19, mehr Menschen könnten verhungern, als am Virus sterben, www.axfirm.de 9.07.2020 Entwicklungsminister Gerd Müller warnt, dass infolge der Rockdowns weit mehr Menschen sterben als am Virus selbst. Dies gilt insbesondere für Entwicklungsländer. Seite 19 Die Therapie darf nicht gefährlicher sein als die Erkrankung, das gilt auch in der Coronakrise. In Deutschland wurden wegen Corona weit über eine Million Operationen verschoben, darunter 50.000. Erforderliche Eingriffe wegen Krebs. Schätzungen nach werden hier infolge der ausgebliebenen Behandlungen zwischen 5.000 und 125.000 Menschen ihr Leben verlieren. Daneben versterben unzählige. Weitere, weil sie sich aus Angst vor dem Virus selbst in akuter Lebensgefahr nicht mehr in Behandlung Begeben, 68 geht es hier also wirklich noch darum, Menschenleben zu retten? Ich schließe mich jedenfalls Dem engagierten Mitarbeiter des Innenministeriums an, der Anfang Mai in einem ausführlichen Bericht vor Dem menschlichen Leid infolge der Maßnahmen gewarnt hat und der dafür von unserer Bundesregierung So kaltherzig abgesetzt wurde Wir sind längst an dem Punkt angekommen, wo der Schaden dieser Maßnahmen den Nutzen übersteigt. Angesichts der mittlerweile vorliegenden Daten müssen wir es daher Schaffen, einen nüchternen Umgang mit der Pandemie zu finden, denn das Virus ist nun einmal da und wir Können ihm nicht unser gesamtes gesellschaftliches Zusammenleben, unsere Kultur, die Entwicklung und Bildung der Kinder, die Wirtschaft, unsere geistige Unversehrtheit und letztlich unsere Freiheit opfern. Diese Feststellung ist schon heute angebracht, denn es wurde bereits angekündigt, dass die aktuellen Maßnahmen auch nach Einführung eines Impfstoffs fortbestehen sollen. Weiterhin gibt es im Leben auch Schlichtweg unkalkulierbare Risiken und damit komme ich zur wichtigsten Aussage meines Berichts. Wir alle sollten auch dann sachlich und rational die Situation bewerten, wenn eine weitere Corona-Welle zu mehr Todesopfern führt oder wir zu einem späteren Zeitpunkt mit einem völlig Neuartigen Virus konfrontiert werden, was durchaus möglich ist, 69 sollte dieser Fall tatsächlich Eintreten wird man vermutlich versuchen, alle vorgenannten Bestrebungen innerhalb kürzester Zeit umzusetzen. Ich kann nur davor warnen, dies zuzulassen. Auch bei möglicher Übersterblichkeit bleibt Angst ein schlechter Ratgeber. Ich kann es nicht belegen, halte es jedoch für denkbar, dass im weiteren Verlauf der Pandemie auch in Deutschland eine Übersterblichkeit eintreten wird. Denn die allgegenwärtige Angst vor dem Virus, die psychischen Folgen der sozialen Isolation und auch die körperlichen Auswirkungen der gegenwärtigen. Situation, Masken, übertriebene und ungesunde Hygiene, Bewegungsmangel, dürften die Abwehrkräfte vieler Menschen erheblich geschwächt haben. Ich bitte meine Mitbürger jedoch eindringlich, auch im Falle, einer höheren Sterblichkeit nicht unüberlegt Maßnahmen zu akzeptieren, die sie später mit unheimlicher Gewalt gegen die eigenen Interessen wenden können. Die Bestrebungen, die ich mit diesem Bericht beschrieben habe, sind und bleiben eine reale Gefahr für unser aller Freiheit, unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt und unsere wirtschaftliche Existenz. Und wer darüber nachdenkt, muss zu der befremdlichen Erkenntnis kommen, dass ein hohes Angstniveau in der Bevölkerung und eine möglichst verheerende wirtschaftliche Lage diesen Bestrebungen entgegenkommen würde. Mir ist bewusst, wie abweg ich dies. Erscheint, aber eine genaue Prüfung der Situation lässt für mich keinen anderen Schluss zu. Wir sollten daher auch in schweren, unübersichtlichen Zeiten kritisch und aufmerksam gegenüber denjenigen sein, die in jeder Krise vor allem ein Geschäftsmodell und eine günstige Gelegenheit für den eigenen Machtausbau sehen. Dabei sollten wir auch nicht vergessen, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist und schon immer war. Leider legt nicht jeder Mensch auf dieser Erde den gleichen moralischen Maßstab an sein Handeln, wie wir. Einfachen Bürger dies in unserem Alltag zu tun versuchen. Wir müssen dieser Tatsache ins Auge blicken. Bildnachweis Seite 18, Istok com Dr. 322 Auch wenn es schwer fällt. Denn um zu erkennen, wer diese Krise für seine Zwecke Instrument alliiert, können wir uns diesen Denkschritt nicht ersparen. Mit meinem Bericht wollte ich aufzeigen, für welche fremden Ziele unsere Sorgen wegen des Coronavirus missbraucht werden. Weiterhin wollte ich erreichen, dass die Menschen in unserem Land eine öffentliche Debatte über diese Zusammenhänge einfordern, weil dies bisher von Medien und Politik mit allen Mitteln verhindert wird. Ich hoffe, dass mir beides gelingen wird und dass viele Leser meine Hinweise und Bedenken kritisch überprüfen werden. 68 Corona-Krise 2020 Aus Sicht des Schutzes kritischer Infrastrukturen Referat Kilometer 4 des BMI, 8.05.2020 Seite 20 Abschließend möchte ich einen Appell an alle Soldaten und Polizisten in unserem Land richten, bereits vor Corona hatten Regierungen weltweit einen neuen Kurs eingeschlagen, von dem sie wohl nicht wieder abrücken werden. Nach vielen Jahrzehnten großer Freiheit und wirtschaftlichen Aufschwungs driftet die Welt nun offensichtlich erneut in Richtung autoritärer Regierungsformen mit Massenüberwachung, Zensur und weitgehender Kontrolle der Bevölkerung. Viele Menschen haben diese Tendenzen erkannt und wehren sich zu Recht dagegen. Es ist darüber hinaus sehr wahrscheinlich, dass in den kommenden Monaten und Jahren immer mehr Bürger erkennen, dass ihre Freiheit und wirtschaftliche Existenz ernsthaft bedroht werden. Ebenso wahrscheinlich ist es, dass diese Erkenntnis zu einem breiten Protest gegen Regierung und globale Konzernmacht führen wird. Für diesen Fall bitte ich euch, liebe Soldaten und Polizisten, nicht zu vergessen, zu wessen Schutz ihr euch mit eurem Dienst eigentlich verpflichtet habt. Denkt daran, dass ein Staat, der nur den Interessen einer profitorientierten Minderheit dient, auch eure Freiheit und die eurer Familien bedroht. Es ist kein Zufall, dass die Vermögenskonzentration bei einigen wenigen ungebremst zunimmt, während man gleichzeitig der Bevölkerung immer weniger lässt und sie in immer größere Abhängigkeiten drängt. Medien und Politik versuchen bereits verzweifelt, die Proteste gegen all diese Entwicklungen in eine rechtsextreme Ecke zu schieben. Sie schrecken dabei selbst vor dreisten Falschdarstellungen nicht zurück. Wie die Berichterstattung über die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen eindrucksvoll beweist, sollte mein Bericht eine größere Reichweite erzielen, wird man sicherlich auch mich willkürlich in die Ecke der Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretiker oder Reichsbürger schieben. Es würde für mich keine Rolle spielen, denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Bürger diese gehässige Propaganda gegen Abweichende Meinungen durchschauen werden. Am Ende werden sich der gute Wille und die echte Solidarität der Menschen durchsetzen. Daran habe ich keinen Zweifel. Zum Abschluss dieses Berichts möchte ich noch zwei Fragen an meine Mitmenschen richten. Mit welcher staatlichen Maßnahme wäre ihre persönliche rote Linie erreicht? Und was werden sie tun, wenn die neue Normalität der sozialen Distanzierung, der Masken und des faktischen Kulturverbots auch nach Einführung eines Impfstoffs bestehen bleibt? Weiterführende Literatur Prof. Dr. Rainer Mausfeld, Warum schweigen die Lämmer? Dr. Sarah Wagenknecht, Korragiert gegen den Strom- sowie Befreiheit statt Kapitalismus Prof. Dr. Klaus, Jürgen Bruder, Digitalisierung, Sirenengesänge oder Schlachtruf einer Kannibalistischen Weltordnung Paul Schreier Wer regiert das Geld sowie Chronik einer angekündigten Krise? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Psalm 91 Ich sage zum Herrn, du meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Psalm 91 Denn er rette dich aus der Schlinge des Jägers und aus der Pest des Verderbens Er beschirmt dich mit seinen Flügeln und aus seinen Schwingen findest du Zuflucht Schild und Schutz ist seine Treue Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten Noch vor dem Pfeil, der am Tag dahin fliegt Nicht vor der Pest, die im Finsteren schleicht Vor der Seuche, die wütet am Mittag Fallen auch tausend an deiner Seite Dir zu rechten zehnmal tausend So wird es dich nicht treffen Mit deinen Augen wirst du es schauen Wirst sehen, wie den Freflern vergolten wird Ja, du, Herr, bist meine Zuflucht Den Höchsten hast du zu deinem Schutz gemacht Dir begegnet kein Unheil Deinem Zelt naht keine Plage Denn er befiehlt seinen Engeln Dich zu behüten auf all deinen Wegen Sie tragen dich auf Händen Damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt Du schreitest über Löwen und Nattern Trittst auf junge Löwen und Drachen Weil er an mir hängt, will ich ihn retten Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen Ruft er zu mir, geb ich ihm Antwort In der Bedrängnis bin ich bei ihm Ich reiße ihn heraus und bring ihn zu Ehren Ich sättige ihn mit langem Leben Mein Heil lass ich ihn schauen Allerheiligen Litanei Erhebe dich, o Herr Hilf uns und befreie uns Um deines Namens willen Oh Gott, mit eigenen Ohren Hörten wir es Unsere Väter erzählten davon Erhebe dich, o Herr Hilf uns und befreie uns Um deines Namens willen Ehre sei dem Vater und dem Sohn Und dem Heiligen Geist Wie es war im Anfang So auch jetzt Und alle Zeit Und in Ewigkeit Amen Herr erbarme dich unser Christus erbarme dich unser Christus höre uns Christus erhöre uns Gott Vater vom Himmel Erbarme dich unser Gott Sohn Erlöser der Welt Erbarme dich unser Gott Heiliger Geist Erbarme dich unser Heilige Dreifaltigkeit Ein Einiger Gott Erbarme dich unser Heilige Maria Bitte für uns Heilige Gottes Gebärerin Bitte für uns Heilige Jungfrau der Jungfrauen Bitte für uns Heiliger Michael Bitte für uns Heiliger Gabriel Bitte für uns Heiliger Raphael Bitte für uns Alle Heiligen Engel und Erzengel Bitte für uns Heilige Heilige Johannes Bitte für uns Heiliger Johannes Bitte für uns Heiliger Thomas Bitte für uns Heiliger Jakobus Bitte für uns Heiliger Philippus Bitte für uns Heiliger Bartholomeos bitte für uns. Heiliger Matthäus, bitte für uns. Heiliger Simon, bitte für uns. Heiliger Thaddeus, bitte für uns. Heiliger Matthias, bitte für uns. Heiliger Barnabas, bitte für uns. Heiliger Lukas, bitte für uns. Heiliger Markus, bitte für uns. Alle heiligen Apostel und Evangelisten, bittet für uns. Alle heiligen Jünger des Herrn, bittet für uns. Alle heiligen unschuldigen Kinder, bittet für uns. Heiliger Stephanus, bittet für uns. Heiliger Laurentius, bittet für uns. Heiliger Vincenzius, bittet für uns. Heiliger Fabian und Sebastian, bittet für uns. Heiliger Johannes und Paulus, bittet für uns. Heiliger Kosmos und Damian, bittet für uns. Heiliger Gervasius und Protasius, bittet für uns. Alle heiligen Märtyrer, bittet für uns. Heiliger Silvester, bittet für uns. Heiliger Gregorius, bittet für uns. Heiliger Ambrosius, bittet für uns. Heiliger Augustinus, bittet für uns. Heiliger Hieronymus, bittet für uns. Heiliger Martinus, bittet für uns. Heiliger Nikolaus, bittet für uns. Alle heiligen Bischöfe und Bekenner, bittet für uns. Alle heiligen Kirchenlehrer, bittet für uns. Heiliger Antonius, bittet für uns. Heiliger Benediktus, bittet für uns. Heiliger Bernatus, bittet für uns. Heiliger Domenikus, bittet für uns. Heiliger Franziskus, bittet für uns. Alle heiligen Priester und Leviten, bittet für uns. Alle heiligen Mönche und Einsiedler, bittet für uns. Heilige Maria Magdalena, bittet für uns. Heiliger Agatha, bittet für uns. Heiliger Lucia, bittet für uns. Heiliger Agnes, bittet für uns. Heiliger Cecilia, bittet für uns. Heilige Katharina, bittet für uns. Heiliger Anastasia, bittet für uns. Alle heiligen Jungfrauen und Witwen, bittet für uns. Alle Heiligen Gottes, bittet für uns. Sei uns gnädig, verschone uns, o Herr. Sei uns gnädig, erhöre uns, o Herr. Von allem Übel, erlöse uns, o Herr. Von aller Sünde, erlöse uns, o Herr. Von deinem Zorne, erlöse uns, o Herr. Von einem jen und unversehenen Tode, erlöse uns, o Herr. Von den Nachstellungen des Teufels, erlöse uns, o Herr. Von Zorn, Hass und allem bösen Willen, erlöse uns, o Herr. Vom Geiste der Unlautigkeit, erlöse uns, o Herr. Vom Blitz und Ungewitter, erlöse uns, o Herr. Von der Geißel des Erdbebens, erlöse uns, o Herr. Von Pest, Hunger und Krieg, erlöse uns, o Herr. Von dem ewigen Tode, erlöse uns, o Herr. Durch das Geheimnis deiner heiligen Menschwerdung, erlöse uns, o Herr. Durch deine Ankunft, erlöse uns, o Herr. Durch deine Geburt, erlöse uns, o Herr. Durch deine Taufe und dein heiliges Fasten, erlöse uns, o Herr. Durch dein Kreuz und Leiden, erlöse uns, o Herr. Durch deinen Tod und dein Begräbnis, erlöse uns, o Herr. Durch deine heilige Auferstehung, erlöse uns, o Herr. Durch deine wunderbare Himmelfahrt, erlöse uns, o Herr. Durch die Ankunft des Heiligen Geistes, des Trösters, erlöse uns, o Herr. Am Tage des Gerichts, erlöse uns, o Herr. Wir armen Sünder, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns verschonest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns verzeihest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns zur wahre Buße führen wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du den apostolischen Oberhürden und alle Stände der Kirche in der heiligen Religion erhalten wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du die Feinde der heiligen Kirche demütigen wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du den christlichen Königen und Fürsten Frieden und wahre Eintracht schenken wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du dem ganzen christlichen Folge Frieden und Einigkeit verleihen wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du alle Örenden zur Einheit der Kirche zurückrufen und alle Ungläubigen zum Licht des Evangeliums führen wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns in deinem heiligen Dienste stärken und erhalten wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du unsere Herzen zur himmlischen Begierden erhebest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du alle unsere Wohltäter mit den ewigen Gütern belohnest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du unsere Seelen und die Seelen unserer Brüder, Verwandten und Wohltäter, vor der ewigen Verdammnis bewahrest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du die Früchte der Erde geben und erhalten wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du allen Abgestorbenen Christgläubigen die ewige Ruhe verleihen wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du uns erhören wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Sohn Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich, unser. Christus, höre uns, Christus, erhöre uns. Herr, erbarme dich, unser. Christus, erbarme dich, unser. Herr, erbarme dich, unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Psalm 69 Gott, merk auf meine Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Zu Schanden sollen werden und beschämt, die nach dem Leben mir trachten. Zurückweichen sollen und erröten, die mir Böses wünschen. Je sollen weichen, tief beschämt, die höhnend zu mir sagen, recht, ganz recht. Frohlocken aber und in dir sich freuen, sollen alle, die dich suchen. Und die nach deinem Heil sich sehnen, sollen allzeit sprechen, preis dem Herrn. Doch ich bin arm und elend, hilf mir Gott. Mein Helfer bist du und mein Retter, Herr säume nicht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Errette deine Diener, die auf dich hoffen, mein Gott. Sei uns, o Herr, ein Turm der Stärke gegen unsere Feinde. Nichts vermöge der Feind wieder uns und der Sohn der Bosheit möge uns fürder nicht schaden. Herr, handle nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unseren Missetaten. Lasset uns beten für unseren obersten Hürden, hochwürdigen Herrn Pfarrer Rudolf Lotzig. Der Herr erhalte ihn und belebe ihn, er mache ihn glücklich auf Erden und überliefere ihn nicht der Gewalt seiner Feinde. Lasset uns beten für unsere Wohltäter. Herr, verleihe gnädig all unseren Wohltätern um deines Namenswillen das ewige Leben. Amen. Lasset uns beten für die verstorbenen Christgläubigen. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Lasset uns beten für unsere abwesenden Brüder. Errette deine Diener, die auf dich hoffen, mein Gott. Herr, sende ihnen Hilfe vom Heiligtum und von Sion aus beschütze sie. Herr, erhöre mein Gebet und lass meinen Rufen zu dir kommen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Lasset uns beten, o Gott. Dir ist es eigen, alle Zeit Erbarmen und Schonung zu üben. So nimm unser flehentliches Gebet auf und lass deine erbarmende Liebe uns und alle deine Diener, welche die Fessel der Sünden umstrickt hält, holt voll freisprechen. Wir bitten dich, o Herr, erhöre unser demütiges Flehen und strafe nicht die Sünden, die wir bekennen, sondern gewähre uns nach deiner Güte Verzeihung und Frieden. Herr, offenbare in deiner Güte an uns deine unaussprechliche Barmherzigkeit. Nimm von uns alle Sünden und errette uns zugleich von den Strafen, die wir dafür verdienen. Gott, du wirst durch die Sünde beleidigt und durch die Buße versöhnt. Sieg gnädig auf das Gebet deines flehenden Volkes und wende ab die Geiseln deines Sonnes, die wir für unsere Sünden verdienen. Allmächtiger, ewiger Gott, erbarme dich deines Dieners, unseres obersten Hürden, hochwürdigen Herrnfacher Rudolf Lotzig, und lenke ihn nach deiner Milde auf den Weg des ewigen Heiles. Lass ihn mit deiner Gnade erstreben, was dir wohlgefällig ist, und mit ganzer Kraft es vollbringen. O Gott, durch dich kommen die heiligen Wünsche und die richtigen Entschlüsse und die guten Taten zustande. So gib deinen Dienern jenen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Damit unsere Herzen deinen Geboten treu ergeben und die Zeiten von Feindesnot befreit, unter deinem Schutze ruhig sein. Herr, durchglühe uns Nieren und Herz mit dem Feuer des Heiligen Geistes, auf das wir keuschen Leibes dir dienen und mit reinem Herzen dir gefallen. Gott, Schöpfer und Erlöser aller Gläubigen, schenke den Seelen deiner Diener und Dienerinnen Nachlass aller Sünden, damit sie die stets ersehnte Verzeihung durch fromme Fürbitten erlangen. Wir bitten dich, o Herr, komm unserem Tun mit deinen Eingebungen zuvor und begleite es mit deiner Hilfe, auf das all unser Beten und Handeln stets von dir begonnen und wie begonnen, so auch durch dich vollendet werde. Allmächtiger, ewiger Gott, Herr der Lebenden und Toten, du erbarmst dich aller, von denen du weißt, dass sie durch Glauben und Werke dein sein werden. Wir bitten dich, demütig für jene, für die wir beten wollen, ob sie nun dies zeitlichen Leben noch im Fleische zurückhält oder ob sie des Leibes wie eines Kleides entledigt, bereits das künftige Leben aufnahm. Sie alle mögen auf die Fürbitte all deiner Heiligen durch deine väterliche Milde Verzeihung aller ihrer Sünden erlangen durch unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es erhöre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Und die Seelen der verstorbenen Christgläubigen mögen durch die Barmherzigkeit Gottes Ruhen in Frieden. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Segnest Gott. Amen. 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 Amen.